Warum müssen wir uns eigentlich entspannen? Es gibt Entspannungsformen, die sind eher destruktiver Natur für einen selber. Hingegen gibt es konstruktive Entspannung, die inspiriert mich. Vergnügen, das keine Art von Anstrengung vor sich gezogen hat, ist Vergnügen, was dein Belohnungssystem kaputt macht. Wer acht Stunden am Tag arbeitet, der hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. Meine allererste Lieblingsentspannungsart ist Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin Friedemann, mir gegenüber sitzt der gute Florian. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder falls ihr zum ersten Mal reinhört, dann herzlich willkommen. Florian, wie geht es dir? Gut, ich habe vorgestern, als ich bei einem Spa-Tag am See war, haben wir beide geschrieben und haben uns dazu entschieden, eine Instagram-Story hochzuladen. Wo wir in der Community fragen, ob jemand eine Erfolgsstory mit uns teilen möchte. Und wir haben sehr viele Storys bekommen. Ich fürchte aber, dass ich mich höchstwahrscheinlich nicht präzise genug ausgedrückt habe, weil was wir eigentlich hören wollten, war ein Erfolgsnugget. Also nicht eine Erfolgslebensgeschichte von, früher war ich Tellerwäscher, heute bin ich Millionär. Und da kam einiges sehr Interessantes. Und da kamen einige sehr interessante Tellerwäscher-Millionär-Stories, die auch sehr spannend waren. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, waren Storys, die ein Nugget drin haben. Wo jemand in einer spezifischen Situation sich überwunden hat. Wo jemand in einer spezifischen Situation eigentlich wahrgenommene Grenzen übersprungen hat. Und solche Storys haben wir gesucht und haben auch eine davon geschickt bekommen. Und Friedemann, vielleicht liest du die einmal vor. Also die kommen von Johannes. Und ich lese einfach mal vor, was er mir geschrieben hat. Aus spontan entstandenen großen Problemen mussten wir eine sofortige Reise nach China planen, um unsere Hersteller zu besuchen. Also er scheint Produkte aus China einzukaufen. Beim Buchen der Flüge fiel uns allerdings auf, oder fiel mir allerdings auf, Ich habe gar keinen gültigen Reisepass. Also musste schleunigst ein neuer Reisepass her. Es war bereits Freitag, später Vormittag und in ein paar Stunden würden alle Bürgerbüros schließen. Ich griff zum Telefon und rief direkt in meinem nächsten Bürgerbüro an. Der von meinem Problem gelangweilte Typ meinte nur, Tja, ist halt echt eine schlechte Planung. Das können Sie halt vergessen und nächste Woche sieht es auch schlecht aus. Wenn Sie Glück haben, bla bla bla. Den letzten Satz habe ich schon gar nicht mehr gehört. Ich habe mich schnell bedankt, aufgelegt und bin sofort in mein Auto gesprungen, um ins nächste Bürgerbüro zu fahren. Mein Plan, egal was passiert, ich verlasse das Bürgerbüro nicht, ohne einen Express-Reisepass beantragt zu haben. Angekommen im Bürgerbüro, bin ich an allen Wartenden vorbei, durch die offene Tür, zu einem freien Schalter gerast und habe glücklicherweise genau die richtige Person vor mir gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Der ist, also die meisten haben ja sicherlich schon mal einen Reisepass beantragt. Normalerweise muss man da warten, sich eine Nummer ziehen und dann darauf hoffen, dass die endlich auf diesem Bildschirm erscheint. Und er ist einfach an all diesen Leuten vorbeigerast und zack direkt in das Büro rein und hat sich da einfach hingesetzt. Also du brauchst einen Termin, um warten zu dürfen. Genau. Ja, ich glaube die meisten, er hat da die richtige Person anscheinend erwischt, aber ich glaube die meisten Beamten und Beamtinnen, die hätten Werner ausgerastet und hätten ihn direkt des Grundstücks verwiesen. So, und genau, dann ging es weiter. Er hat dann gesagt, Entschuldigung, ich habe keinen Termin, aber ich habe ein Riesenproblem, sagte ich zu der netten Dame, die meine Not glücklicherweise sofort verstand und mir sofort bereitwillig half. Während sie auf ihrer Tastatur rumhackte, schob ich ihr Komplimente zu wie sie sind wirklich ein Engel, was sie wohl noch mehr anspornte. Noch schnell ein Foto gemacht und fünf Minuten später hielt ich meinen Abholschein für nächste Woche rechtzeitig vor dem Flug in der Hand. Mein Learning niemals aufgeben, selbst wenn da jemand ist, der einem sagt, dass es nicht geht. Fand ich eine sehr schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob das so 100% replizierbar ist und es braucht richtig viel Mut. Also Respekt Johannes, dass du da einfach in das Bürgerbüro reingerannt bist und das Risiko auf dich genommen hast. Da hätte man sicherlich auch rausgeschmissen werden können dafür. Ja, am Ende gibt es dann aber doch manchmal so diese Fälle, wo einfach alles aufgeht in so einer Situation. Und ja, herzlichen Glückwunsch. Finde ich eine schöne Story. Ich glaube, ein Teil des Erfolgsrezeptes von der Story war, dass er ihr, also es war trotzdem ein Win-Win, auch wenn eigentlich nur er gewonnen hat, weil sie hatte die Chance an dem Tag, ein guter Mensch zu sein. Und wenn du nicht komplett bescheuert bist, hat jeder Lust, als guter Mensch wahrgenommen zu werden, zumindest. Und das am besten noch mit möglichst wenig Aufwand. So, und sie jetzt anzurufen, zu sagen, ja, kann ich vorbeikommen, das einfach schnell machen. Das wäre zu viel Aufwand, zu viel Hesse gewesen, dass sie sagt, ja, okay, dann komm mal schnell vorbei. Ich habe hier noch einen kleinen Slot für dich frei, das hätte sie sicherlich nicht gemacht. Aber dahin zu gehen und zu sagen, hey, ich bin schon hier, aber eine demütige Stellung einzunehmen und zu sagen, ich brauche sie, damit sie mir den Tag retten. Und dann denkt sie sich, okay, ich kann ihn jetzt rausschicken. Das wäre aber ein sehr fieser Move. Oder ich kann jetzt einfach mal diese drei Minuten kurz nehmen und das einmal ganz schnell machen. Und dafür habe ich heute eine gute Tat gemacht, insbesondere an einem Freitag. Noch besser, dann gehe ich mit einer guten Tat ins Wochenende. Und dann loszulegen und er bestärkt das nochmal, weil es ja auch wirklich sehr nett war von ihr, ist, glaube ich, ein Geheimrezept. Also es ist eine Win, er hat aus der Win-Lose-Situation wieder eine Win-Win-Situation gemacht. Konnte aber nur machen, indem er wirklich da war. Wenn er vor der Tür gewartet hätte, hätte ihn keiner reingelassen. Da wären die Hürden zu hoch gewesen. Aber schon da zu sein, da muss sie sagen, geh jetzt bitte. Und das wiederum ist schon sehr fies, auch wenn es das Richtige wäre. Und das finde ich stark. Ich sehe schon jetzt, wo das alle Leute hören, keiner beantragt mehr einen Termin. Alle laufen einfach rein und sagen, ich brauche ihre Hilfe. Nein, zieht euch weiter Tickets und euch weiter Termine. Das war ja auch ein richtiger Notfall. Ich bin froh, dass das geklappt hat für ihn. Und ja, ich finde, das ist eine inspirierende Geschichte, die man gut übertragen kann auf andere Bereiche. Weil wie oft hatten wir das auch schon, dass wir vor irgendeiner Situation standen und dachten, boah, man sieht keinen Weg, wie man das jetzt irgendwie noch hinbekommen kann. Alle sagen einem, nein, es klappt nicht, es dauert zu lange. Und dann haben wir einfach innerlich beschlossen, zu sagen, nee, wir machen es doch, so wie Johannes. Und irgendwie findet man den Weg. Dann fängt man nochmal an, anders zu denken. Dann fängt man nochmal an, nach First Principles zu denken. Und zwar nach den Regeln der Physik. Ist es physikalisch möglich, dass ich heute noch einen Reisepassantrag absende? Ja, durchaus. So, das heißt, es sind nur menschengemachte Regeln, die dagegen sprechen. Also, wie kriege ich es jetzt hin, im Rahmen der Physik zu handeln, nicht im Rahmen der menschengemachten Regeln? Und bei menschengemachten Regeln ist der Punkt, dass sie von Menschen gemacht sind. Und was von Menschen gemacht wurde, kann in den meisten Fällen auch von Menschen verändert, gebogen oder übersehen werden. Und wenn der Mensch, der es verändern, verbiegen oder übersehen kann, auch noch was davon hat, dann lohnt es sich meistens. Also, dann funktioniert das meistens. Finde ich eine coole Story. Geile Idee. Also, wenn du noch mehr solcher Storys hast, irgendwie, du hast ein Nein zu einem Ja umgedreht, du hast entgegen aller Wahrscheinlichkeiten dich durchgesetzt und irgendwas Cooles erreicht. Und es kann auch nur was Kleines sein, wie zum Beispiel ein Reisepass. Er hätte jetzt nicht irgendwie durch einen Zufall sein Unternehmen für 10 Millionen verkauft, sondern hat eine kleine Sache gemacht, aber mit einem sehr, sehr starken Mindset, was sehr viele Konsequenzen für höchstwahrscheinlich seine anderen Tätigkeiten haben wird. Und wenn du auch so eine Geschichte hast, schick uns die gerne zu, entweder über Instagram oder in die, ah nee, da ist zu wenig Platz, entweder über Instagram oder per E-Mail. Und dann ab und zu werden wir das in der Folge vorlesen. Immer her damit. Wir wollen hören, was ihr für geile Sachen macht. Wenn du deinen Namen nicht erwähnst, dann, also wir werden den Namen nicht erwähnen, es sei denn, du schreibst explizit runter, ich will, dass mein Name erwähnt wird. So, das nochmal als Punkt dazu. Florian, heute haben wir uns überlegt, mal über das Thema Entspannung zu sprechen. Bist du gut darin, dich zu entspannen? Ich bin der absolute Profi in Entspannung. Ja? Wie kommt das? War das schon immer so? War schon immer so. Also Entspannung kann ich richtig gut, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, das ist auch eng korreliert damit, ob man gut einschlafen kann oder nicht. Und ich kann hervorragend gut einschlafen. Wenn es ein Wettkampf wäre, könnte ich mich jetzt auf dein Sofa legen und ich garantiere dir, dass ich in zehn Minuten schlafen würde. Normalerweise im Bett schlafe ich so in ein bis zwei Minuten. Aber auf dem Sofa hier bei hellem Licht ist es ein bisschen schwieriger. Und mitten am Tag um drei Uhr. So, aber ich kann sehr gut meinen Kopf runterfahren, wenn ich es denn möchte. Und das klingt ja jetzt danach, als wärst du innerlich sehr ausgeglichen, innerlich ruhig, innerlich im Reinen mit dir selbst. Glaubst du, dass durch viel äußere Entspannung diese innere Ausgeglichenheit kommt oder durch innere Ausgeglichenheit die Fähigkeit, sich gut entspannen zu können? Ich glaube, letzteres. Weil, wenn mich irgendwas nervt oder ich irgendein Problem habe oder irgendwas nicht ganz stimmt, dann kann ich auch nicht entspannen. Ich kann noch schlafen, aber ich kann nicht entspannen. Dann ist es vielleicht eher Ablenkung. Ja, genau. Dann fühlt sich das so an wie Prokrastinieren. Und dann kann ich, ich kann das nicht wegdrücken. Ich muss, es gab es schon ein paar Mal, wo ich irgendwie dachte, okay, fuck, das habe ich jetzt nicht ordentlich gemacht, aber ich muss es eigentlich ordentlich machen. und trotzdem in einem Setting von Entspannung war, aber zero entspannen konnte. Und das ist bei mir ganz stark so. Also mir fällt es voll schwer, mich zu entspannen, wenn ich es mir eigentlich gerade nicht erlauben kann oder nicht erlauben darf. Das ist schwierig. Deswegen glaube ich, es kommt durch innere Ausgeglichenheit eher als durch das Setting. Das heißt, wenn man sich entspannen möchte, dann ist es wichtig, auch erstmal in sich hinein zu spüren, hineinzufühlen, okay, bin ich jetzt eigentlich in der Lage, meinetwegen diesen entspannenden Urlaub anzutreten oder was auch immer man vorhat. Oder gibt es da vielleicht noch so ein paar Schlüsseldinge, die vorher geklärt werden müssen, damit ich danach auch alles fallen lassen kann. Also ganz kurz dazu, auch Urlaub kann ich nur richtig genießen, wenn ich innerlich ausgeglichen bin. Und ich bin nicht immer innerlich ausgeglichen. Also im Kern fühle ich mich schon sehr ausgeglichen, aber trotzdem gibt es manchmal Sachen, wo ich denke, fuck, das muss jetzt irgendwie geregelt werden. Das Problem muss sich bewältigen, bevor ich entspannen kann. Und dann, wenn das bewältigt ist, dann kann ich heftig entspannen. Das ist also, ich suche nicht nach Problemen, aber sie finden mich manchmal und dann muss ich sie erstmal bewältigen. Ja, interessant. Also ich finde auch die Frage interessant, warum müssen wir uns eigentlich entspannen? Denn viele sind ja so, viele von meinen Unternehmerfreunden und inklusive mir, wir grenzen alle manchmal auch da so ans Workaholic-Sein, dass man schon fast die Entspannung in der Arbeit sucht, dass man so viele Ideen hat, ständig irgendwas recherchiert, ständig irgendwas ausarbeitet, irgendwelche Ideen entwickelt, bespricht mit anderen und da kann man ja auch sich denken, ja, wenn ich die ganze Zeit am Arbeiten bin, dabei entstehen ja auch ganz viele tolle Sachen und das macht mir ja Freude, ich bin im Flow. Warum soll ich mich jetzt eigentlich mal entspannen? Warum soll ich mal abschalten? Das ist doch gut, alles so. Ich glaube nicht, dass Entspannung, also der Grund, warum man, also wenn ich mich beim Arbeiten im Flow fühle und gar nicht entspannen möchte, dann liegt das daran, dass ich das Gefühl habe, dass ich gerade richtig geilen Fortschritt mache. Und immer wenn ich geilen Fortschritt mache, dann will ich gar nicht entspannen, dann will ich gar nicht aufhören, dann will ich dieses Momentum weiter am Laufen halten. Und Gleiches kenne ich auch zum Beispiel beim Sport. Also ich kenne das, wenn ich irgendwie meinen Liegestütz mache und dann Klimzüge mache und dann gucke ich den Spieler und denke mir, Alter, so jetzt gerade auf Pump sieht das ziemlich krass aus. Dann mache ich gleich noch ein paar mehr. Und dann denke ich mir, jetzt zählt es, denke ich mir. Jetzt, wo ich die ersten 230 gemacht habe, jetzt die nächsten 20 zählen viel mehr als die ersten 20. Und dann habe ich viel mehr Lust, dann noch weiterzumachen. Und ich meine, ich habe große innerliche Anstrengungen, damit zu starten, obwohl ich es immer mache. Aber gar keine innerlichen Anstrengungen, das weiterzuführen, wenn ich dann drin bin und Erfolge schon sehe und Erfolge spüre. Irgendwann allerdings musst du dann aufhören. Also ich finde die Sportanalogie, die ist eine interessante, weil man sagt ja, der Muskel wächst während der Entspannungsphasen. Nicht während du trainierst. Während du trainierst, während deines Trainings, zerstörst du ja die Muskelfasern gewissermaßen und regst sie dann zur Regeneration an, sodass sie dann nochmal größer nachwachsen. Das heißt, das Wachstum findet in der Pause statt. Das kenne ich auch ähnlich vom Lernen eines Instruments beispielsweise oder von einem Musikstück. Ich kann den ganzen Tag ungelogen, und ich habe das auch früher gemacht, dass ich fünf, sechs Stunden am Stück irgendein Gitarrenstück geübt habe und es wollte und wollte und wollte nicht am Ende flüssig funktionieren. Dann habe ich die Gitarre weggeschmissen und war frustriert. Und am nächsten Morgen habe ich mich dann nochmal hingesetzt und habe es versucht. Und wie durch ein Wunder, es lief einfach auf Anhieb. Ich brauchte gar nichts mehr machen. Und weil sich da auch die, ich bin jetzt kein Neurologe, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber die Verknüpfungen eben über Nacht während des Schlafs einmal verstärken, einmal gelegt werden. Man sagt ja auch, dass im Schlaf dann das Gelernte nochmal wiederholt wird und nochmal verstärkt, die Verbindungen verstärkt werden. Ja, und am nächsten Tag kann man es dann einfach abrufen. Also keine Ahnung, wie das jetzt genau funktioniert, aber es funktioniert irgendwie. Und mein Klavierlehrer meinte damals, Florian, wenn du wirklich übst, was eine steile These war, aber wenn du wirklich übst, dann musst du Pausen machen, um voranzukommen. Dann meinte ich, oh, da war ich interessiert, da meinte ich, was meinst du? Er übt nie länger als eine Stunde und dann macht er immer eine Pause. Und seine Pausen sind nur so 10, 15 Minuten lang. Aber er meint, ohne die Pause kommt er nicht voran. Das ist beim Muskeln ja genauso. Hast du ja auch gerade gesagt. Darum denke ich, Entspannung und Pausen sind wichtig. Die Folge hat aber dieses Thema, weil das Konzept von Entspannung und Pausen ins Absurde geführt wurde in den letzten Jahrzehnten. Und das habe ich auch in der letzten Folge als Gedanken mal reingeworfen und habe dann nach der Folge noch weiter darüber nachgedacht und die Kernmessage aus der letzten Folge war, dass Entspannung, früher brauchte Entspannung noch ein gewisses Grad an intellektueller Fähigkeit, um Teil von Entspannung zu werden. Du musstest irgendwie Musik verstehen oder hören können. Du musstest ein Instrument spielen können. Du musstest lesen können. Du musstest dich selber entweder geistig oder körperlich betätigen, um Entspannung zu erfahren. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob das Degradieren von Entspannung weg von Entspannung, die geistige oder körperliche Betätigung erfordert, hin zu Entspannung, die nichts anderes erfordert, als dass du deine Augen öffnest, wie Social Media, Filme gucken, Serien gucken, Konsum jeglicher Art und dann noch Konsum mit Substanzen, die nur diese Bewegung erfordern oder diese Bewegung erfordern. Dass der Switch von der einen Form der Entspannung hin zur anderen Form der Entspannung, obwohl sie den gleichen Namen haben, ob das ein Indikator ist für ein in sich zerbrechendes Reich oder eine in sich zerbrechende Bevölkerung. Und habe dann an die Römer gedacht. Weil durch den Bitcoin-Kontext kenne ich mich ja ganz gut und auch einigermaßen okay mit dem Römischen Reich aus. Und da weiß ich, dass die, da gibt es den Satz Brot und Spiele. Die Elite des Römischen Reiches hat immer, wenn es, hat sehr gerne das normale Volk mit Brot und Spielen abgelenkt, immer größere Amphitheater gebaut und immer spektakulärere Spiele gemacht, damit die Leute sich nicht auf die innen- oder außenpolitischen Probleme fokussieren, sondern sich auf das Spielen, auf das Jetzt quasi eine Form von Ablenkung geschaffen. Und das, und habe dann geschaut, ob sich dieses Motiv immer wieder wiederholt. Und bei den Römern war es genauso. Die römischen Spiele wurden immer heftiger mit der Entwertung des Denarius und des Arius und mit der Zerbröckelung des Römischen Reiches. Und da gab es Spiele, erst waren es normale Gladiatorenkämpfe. Dann wurden aber Gladiatorenkämpfe gemacht, wo ganz viele Gladiatoren, teils sogar Hunderte in einer Arena waren, wo es darum ging, Last Man Standing. Das heißt, Hunderte sind gestorben, nur einer hat überlebt. Dann wurden Amphitheater gebaut, wo Wasser in der Mitte war, wo echte Schiffe auf dem Wasser fahren mit Sklaven, die da rudern und alles und Seeschlachten nachstellen. Dann wurden in Amphitheater exotische Tiere gefangen. Exotische Tiere wurden gefangen, die wurden ins Amphitheater gebracht und wurden da entweder gegeneinander aufgehetzt oder Sklaven oder Gefangene wurden ins Amphitheater gesetzt mit einem Tiger zum Beispiel. Dann haben sie gewartet, bis der Tiger den Sklaven gegessen hat. Und so haben sich die Spiele immer mehr pervertiert. Hinrichtungen wurden irgendwann auch mit Bestien gemacht. Und also mit Löwen, Tigern, Elefanten. Werft ihnen der Bestie vor. Ja, genau. Und das hat sich immer mehr pervertiert mit der Degradierung des Reiches. Also die Ablenkung wurde immer größer. Und bei der Recherche von diesem Thema bin ich auf einen Autor gestoßen, der Huxley hieß. Und der hat genau dieses Thema 1924 einmal thematisiert und einen Ausschnitt geschrieben oder ein Essay geschrieben, der nicht lang ist. Zwei, drei Seiten hat das. Wo er über genau das Thema redet. Wie Entspannung sich entartet. Und ich will einfach mal die Einleitung davon lesen. Und wen das interessiert, der kann den ganzen Aussatz lesen. Wir verlinken den unten in der Beschreibung. Aber ich möchte die Einleitung lesen und dann möchte ich mit dir einfach aus uns heraus über das Thema diskutieren und abgewendet von seinen Ideen. Hast du Lust, ein Amazon FBA-Business zu starten? Oder hast du vielleicht schon ein Amazon FBA-Business? Dann können Flo und ich dir nur von Herzen die AMC-Hackers empfehlen. Friedemann und ich sind schon seit Anfang 2020 Mitglied von den AMC-Hackers und haben da in der Community wahnsinnig viele Erfahrungen gelernt, neue Freunde kennengelernt und vor allem auch viel Wissen absaugen können und gleichzeitig auch viel Wissen anderen vermitteln können. Und einer der Punkte, die daran wichtig ist, ist, als wir gestartet haben mit unserem FBA-Business, gab es die AMC-Hackers noch nicht und dann haben wir versucht, selber so eine Community aufzubauen, indem wir eine regelmäßige Mastermind mit anderen Sellern aufgebaut haben. Die war wertvoll, ist aber irgendwann zerbrochen, weil all die anderen Mitglieder der Mastermind aufgehört haben, ihr Business zu verfolgen und aufgegeben haben. Mit den AMC-Hackern haben wir eine Community von Leuten, die richtig aktiv dabei sind, die ihr Business Vollzeit machen. Viele sechsstellige Seller sind da drin, viele siebenstellige Seller sind da drin und auch manche achtstellige Seller sind in der Community und du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du dich am meisten umgibst und wenn du erfolgreicher Unternehmer werden willst, brauchst du auch eine Gruppe von erfolgreichen Unternehmern um dich rum und dafür sind die AMC-Hackers dabei. Ja, ich vergleiche es immer mit einer Art Golf-Club für Amazon-Händler, so fühlt es sich tatsächlich auch an bei den Community-Events. Und jetzt gibt es für diejenigen, die jetzt neu anfangen mit Amazon FBA, das sogenannte Starter-Programm. Und da hat man den Vorteil, dass man gerade am Anfang, wenn man dann noch in der Produktrecherche-Phase sich befindet, dass man einmal pro Woche ein Produkt von einem anderen aktiven Verkäufer gegenprüfen lassen kann. Das ist dann einer, der mindestens sechsstellige Umsätze selber einfährt mit seinem Amazon Business. Das heißt also jemand, der richtig Erfahrung hat und genau, der prüft dann einmal das Produkt und gibt dir dazu ein Feedback, sodass du einfach mehr Sicherheit hast mit der Auswahl deines ersten Produkts, denn damit steht und fällt der Erfolg auf Amazon. Und genau, wenn du Lust hast, dich da anzumelden, dann klick auf jeden Fall auf den Link in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und gib auf jeden Fall auch an, dass du über den Proaktiv-Podcast kommst, denn dadurch kannst du die Warteliste überspringen. Die haben da eine Warteliste, weil die einfach von den Kapazitäten her beschränkt sind. Die müssen jeden Bewerber erstmal manuell auswählen und genau, wenn du sagst, dass du vom Proaktiv-Podcast kommst, dann kannst du diese Warteliste überspringen und genau, bist direkt am Start. Ja, soweit dazu. Wir freuen uns, dich zu sehen. Bis bald. Die Gefahren, die unserer Zivilisation gegenüberstehen, die sind nicht so sehr die äußeren Gefahren, wilde Männer, Kriege oder der Bankrott, den Kriege nach sich ziehen. Die alarmierendsten Gefahren sind jene, die sie von innen bedrohen, die den Geist eher als den Körper und das Vermögen des zeitgenössischen Menschen bedrohen. Von all den verschiedenen Giften, die die moderne Zivilisation durch einen Prozess der Selbstvergiftung leise in ihrem eigenen Leib braut, scheinen mir wenige tödlicher zu sein, während keines harmloser erscheint, als jenes merkwürdige und erschreckende Ding, das sich technisch als Vergnügen bekannt ist. Vergnügen, ich setze das Wort in Anführungszeichen, um zu zeigen, dass ich nicht das echte Vergnügen meine, sondern die organisierten Aktivitäten, die organisierten Aktivitäten, die offiziell denselben Namen tragen. Das heißt, er unterscheidet hier zwischen zwei verschiedenen Arten von Vergnügen. Die eine Art des Vergnügens ist das ursprüngliche Vergnügen, die andere Art des Vergnügens ist eine organisierte Aktivität, die offiziell denselben Namen trägt, aber im Kern ein Gift für die Zivilisation sei, wo wenig andere Gifte tödlicher seien, aber gleichzeitig wenige andere Gifte harmloser erscheinen. Und das ist quasi der Wolfs-im-Schafspelz von der Zivilisation gefährlicher als Männerkriege oder der Bankrott des Staates. Und ja, da würde ich gerne mit dir drüber reden, Friedemann, was könnte damit gemeint sein mit Entspannung, die sich entartet hat? Was heißt das für unsere heutige Gesellschaft? Wie denken wir beide darüber? Hat er dazu noch ein Beispiel gehabt? Weil er hat ja jetzt am Ende, das ist ja ein sehr abstrakter eine abstrakte Beschreibung gewesen, diejenige Vergnügung, die öffentlich organisiert wird. Er hat viele Beispiele genannt und ich habe ihn gefunden, weil er auch die Römer als Beispiel genannt hat, aber er hat auch ein Beispiel genannt, zum Beispiel auf, ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel hat er genannt, wo bei königlichen Hochzeiten als Vergnügungsakt theologische Debatten abgehalten wurden, über, wo Logiker gegen Theologen debattiert haben, über die Existenz Gottes. Er hat gesagt, dass zu den, zu der Elisabetenzeit, also selber Brite, dass man dort sich darauf verlassen konnte, dass jeder Mensch auf der Straße spontan eine gewisse Art von Musik produzieren, also eine gewisse Art von Gesang produzieren konnte, weil es damals wohl üblich war, dass Leute spontan miteinander gesanglich musizieren. Also solche Beispiele. Okay, aber das verstehe ich jetzt nicht, was daran, also wenn beim Gladiatorenkampf, da ist es ganz klar, es ist natürlich nicht unmenschlich, dann die Leute zum Spaß sich gegenseitig bekämpfen zu lassen oder jemandem, jemanden einer Bestie vorzuwerfen. Bei den zur Vergnügung sich irgendeine Debatte zwischen zwei Fronten anzuschauen, wenn das jetzt nicht konstruktiv gedacht ist, sondern einfach nur, weil man es lustig findet, dass die sich dann da widersprechen und in die Haare kriegen, da denke ich mir auch, das ist auch irgendwie unnötig. Bei denen, das habe ich jetzt nicht verstanden mit dem Kontext, dass die irgendwie spontan was sehen können. Also der Punkt ist, den er meint oder auch den, den ich in der letzten Folge meinte, ist, dass es gibt zwei Arten von Vergnügung. Die eine Art von Vergnügen bedarf einen gewissen Intellekt, um in ihr teilzuhaben. Du musst entweder zuhören, verstehen können, dir eigene Gedanken machen, um dann das Vergnügen genießen zu können. Die andere Art von Vergnügen, also entweder du machst Musik, du hörst eine Debatte zu und denkst dir deine eigenen Gedanken dazu. Die andere Art von Vergnügen ist Vergnügen, die keine Initiative deiner Art, von deiner Seite bedarf. Man kann es so sagen, Vergnügen, was mit Anstrengung verbunden ist, sei es Sport, Skifahren, Kitesurfen oder intellektuell, Musik in der Debatte zu führen, das ist Vergnügen, welches belebt. Vergnügen, dass keine Art von Anstrengung vor sich gezogen hat, ist Vergnügen, was dein Belohnungssystem kaputt macht, was dein Dopaminenzentrum angreift und süchtig macht und dich verdummen lässt, weil du selber keine einzigen Gedanken mehr aus dir selbst heraus produzieren kannst, sondern einfach nur da bist und wie, außer dass du deine Augen öffnest, hast du keinen Teil von dir mit in dem Akt des Vergnügens investiert. Und ich glaube, darum geht es. Ja, das verstehe ich. Was ich persönlich, womit ich jetzt persönlich noch nicht so viel anfangen kann, ist diese Definition ganz am Ende, das Vergnügen, welches öffentlich organisiert wird. Ich weiß nicht, ob er damit was ganz Spezifisches meinte, aber wenn ich mich das heute frage, dann ist das ja durchaus nicht der Fall, weil es gibt ja ganz viele Vergnügen, die öffentlich organisiert werden, die sehr viel Intellekt erfordern, die sehr viel sich selber einzubringen erfordern. Ansonsten sitzt du da und langweilst dich zu Tode und checkst gar nicht. Wenn ich mir ein Fußballspiel anschaue, okay, ich kann vielleicht so ein bisschen folgen, aber ich check überhaupt nicht, was da jetzt wirklich abgeht. Ich kann nicht mal ein Abseits, das kriege ich nicht mal mit. Das heißt, man muss sich da schon sogar bei Fußball, was ja die verbreitetste Sportart überhaupt ist, das verbreitetste Volksvergnügen, zumindest in Deutschland und in vielen westlichen Ländern, sogar da muss man gewisse Grundkenntnisse haben und sich gewissermaßen mit beschäftigen und irgendwie mit, ja, sich da rein denken, damit man daran ernsthaft Vergnügen haben kann und genauso verhält es sich ja natürlich auch mit einem Theaterstück, wenn irgendein, oder insbesondere auch mit klassischen Konzerten oder auch mit, auch mit Popmusik, da ist es genauso, wenn, wenn da ein, ich sag mal, provokant, so ein richtiger Dilettant in so ein Konzert reingeht, der noch nie in seinem Leben was mit Musik zu tun hatte, der glaubt, ein Kontrabass ist ein großes Cello und der nicht weiß, oder der eine Bratsche nicht von einer Geige unterscheiden kann, dann wird er da wahrscheinlich auch eine andere Art von Vergnügen darin sehen, als jemand, der eben Zugang hat zur Musik und das ganze Geschehen dann mit anderen Augen betrachtet. Die Person würde dann vielleicht auch nicht sagen, dass sie zum Vergnügen ins Konzert geht, sondern, ja, ich weiß nicht, vielleicht aus anderen Gründen. Ich denke, in dem Fall ist es mehr ein Spektrum als zwei diskrete Pole, dass auf der kompletten Maximum des Spektrums wären sowas wie Social Media. Du machst nichts und lässt dich berieseln oder sowas wie Fernsehen gucken. Du machst nichts. Würdest du das als öffentlich organisiert nennen, Fernsehen? Er war halt 1920. Also alles, was wir jetzt als Medien haben, war damals öffentlich. Dann müsste man das heute vielleicht nur so ein bisschen umschreiben. Und das war auch nur die Einleitung. Danach kam noch mehr, nur ich wollte nicht so lange vorlesen, auch weil das so lange Sätze waren. Und die, was damals, damals konnte es nur öffentlich organisiert werden. Jetzt bei uns wird es mehr durch Firmen getrieben, wie Netflix, wie Hollywood, wie, also Hollywood ist keine Firma, aber du weißt, was ich meine. Und ich würde auf dem Maximum des Spektrums solche Sachen. Social Media, Fernsehen, Serien, Kino und ja, die Sachen würde ich da verorten und auf dem ganz linken Spektrum, wo was auch Vergnügen ist, aber mit eigenem, mit großem eigenem Anteil verbunden ist und das wäre glaube ich die Definition, die ich an den Tag legen würde. Wie hoch ist der eigene Anteil bei der Vergnügung? Und bei Social Media ist mein eigener Anteil Zero, außer dass ich meine Augen aufmache, um die Information zu empfangen. Bei Skifahren ist mein eigener Anteil richtig hoch. Ich würde nicht sagen 100%, weil ich brauche immer noch den Berg und das Snowboard und so, aber ich bin derjenige, aus dem das Vergnügen rauskommt. Ich bin derjenige, der seine Füße bewegt, der seine Hüfte bewegt, der seine Knie bewegt, um geile Schwünge über die Skipiste zu machen. Und da würde ich sagen, ist der eigene Anteil sehr hoch. Und nach einem Skitag Mediasuchten-Tag oder nach einem Seriensuchten-Tag. Und dann gibt es natürlich Sachen, die sind dazwischen. Ich finde Fußball, klar, da musst du ein bisschen die Regeln kennen, aber das geht für mich schon sehr stark in die Richtung rechtes Spektrum, wo du nicht wirklich was machen musst, weil eigentlich das Pendant, man kann sich immer fragen, was ist das Spektrum in die Richtung Social Media. Und du kannst immer fragen, was ist das eigentliche ursprüngliche Pendant zu dem, was wir jetzt gerade machen. Um das Pendant zu Fußballspielen zu gucken, wäre selber Fußball zu spielen, was einen viel größeren Akt in sich trägt oder einen viel größeren Selbstanteil hat, als der bloße Akt Fußball zu gucken. Da würde ich allerdings unterscheiden, lässt man sich einfach so auf dem, ja, da will ich gar nicht drüber urteilen, weil ich will nicht drüber urteilen, ich will es für mich kategorisieren. Also ist ja nicht so, dass ich Zero Social Media mache oder so, sondern ich will ja, bloß ich meine, also gerade bei sowas wie Fußball, da steckt ja auch ganz viel Gemeinschaft dahinter, ganz viel Zusammengehörigkeitsgefühl, ganze Vater-Sohn-Beziehungen beruhen auf Fußball und irgendwelchen Tabellen. Also da weiß ich gar nicht, ob das so plump ist, deswegen würde ich das jetzt auch gar nicht auf so einem Spektrum unbedingt einordnen wollen, aber ich verstehe denn das, was du eigentlich meinst, ist es gibt Entspannungsformen, die sind eher destruktiver Natur für einen selber, so wie beispielsweise sich ja auf Social Media berieseln zu lassen, danach fühlt man sich nicht entspannt, man fühlt sich danach ausgelaugt, weil man eben die Dopamin-Rezeptoren, die Dopamin-Trigger einmal alle durchgedrückt hat und danach hast du keinen Antrieb mehr, du bist nicht inspiriert, sondern du bist ausgelaugt und denkst dir, so jetzt brauche ich eigentlich Entspannung, aber jetzt sollst du zurück an die Arbeit, hingegen gibt es konstruktive Entspannung und das ist die Entspannung, die würde ich für mich persönlich so so definieren, die inspiriert mich, die gibt mir Energie in dem Sinne, dass ich mir denke, wow, da habe ich ja auch voll Lust drauf, das mal zu machen oder ich habe was gemacht und freue mich jetzt auf das nächste Mal, weil ich mich entwickelt habe, zum Beispiel, was für mich sehr entspannend war, ich habe ein Tennis-Camp gemacht und das waren vier Tage lang jeden Abend intensives Tennis-Training und dabei habe ich total schnelle Fortschritte gemacht und weil es halt auch so intensiv war, war man die ganze Zeit komplett bei der Sache und hat sich danach inspiriert gefühlt in dem Sinne, dass ich erlebt habe, also ich habe mich dann inspiriert gefühlt, weil ich erlebt habe, wow, mit gezieltem Training auch ein bisschen Immersion da rein, wenn man nicht in so großen Abständen mal so ein bisschen Larifari spielt, sondern wenn man mal richtig sich da reinsteigert, dann kann ich ja mein Spiel auch echt nochmal drastisch verbessern und dann habe ich natürlich richtig Lust bekommen, nochmal weiter zu spielen und was aber auch eine passive Aktion, Aktivität, kann, finde ich, für mich sehr inspirierend sein, beispielsweise habe ich, war ich neulich im Varietät-Theater am Wochenende, da war ich nämlich auf einer Vortragsveranstaltung von den AMC Hackers, unseren lieben Sponsoren, die haben da so eine Elite-Mastermind veranstaltet, wo die besten Amazon-Seller zusammengekommen sind und gegenseitig sich Vorträge gehalten haben und abends sind wir dann ins Varietät-Theater gegangen und da war ich noch nie vorher, wer das nicht kennt, das ist, das war für mich auch ganz neu, da finden, also man weiß gar nicht so richtig, was einen erwartet, man sitzt an so regulären Tischen wie im Restaurant und das Programm geht über Akrobatik, kurze Schauspiele, kurze Sketches aus bekannten Musicals und ja, also sehr viel Unterhaltung, genau, aber auch schöne Sachen, schöner Tanz, Kunststücke und so weiter und das hat mich enorm inspiriert, weil einmal dazu einfach generell wieder so diese Lust auf Sport, Bewegung, Calisthenics und so weiter, weil die waren alle total krass durchtrainiert, haben total krassen Scheiß da gemacht mit also richtig coole Akrobatik und so und gleichzeitig auch die tänzerischen Komponenten, die haben mir richtig viel Lust gegeben, wieder mit Scytzer-Tanzen anzufangen, was ich sowieso vorhatte, ich habe gestern die erste Stunde wieder gehabt und da ich das sowieso vorhatte, dachte ich so, boah, ich freue mich jetzt gerade umso mehr nochmal darauf, am Montag zu diesem Scytzer-Kurs zu gehen, weil ich mich, ja, weil die da halt so schön getanzt haben auf der Bühne und das so toll war, was die da geboten haben und genau, das war für mich in dem Sinne, dadurch, dass es mich so inspiriert hat, auch eine sehr konstruktive Art von Entspannung, obwohl ich ja nur Betrachter war, obwohl ich ja nicht auf der Bühne war und darum getanzt habe, sondern ich saß im Publikum und habe mich prächtig amüsiert und ja, genau, insofern da, ich würde nicht immer sagen, wenn man, nur wenn man was passiv macht, wenn man zuschaut, dass es dann immer gleich was destruktives ist. Du bist aber weniger bloß Zuschauer bei dem Varietättheater als bei Social Media. 100 Prozent, also das ist was ganz anderes. Und du hast recht, also eine andere Definition wäre, gibt es die Energie oder nicht? Nur wenn du bis jetzt immer nur das komplette, den kompletten einen Pol, wo du gar nichts machst, außer deine Augen zu öffnen, Social Media Filme, wenn das deine einzige Art von Entspannung ist, die du kennst, dann ist die Definition, mach was, was dir Energie gibt, nicht besonders konstruktiv, weil, woher soll ich wissen, was mir Energie gibt? Weil ich kenne das gar nicht anders und deswegen würde ich eher sagen, mach oder eine Form der Entspannung, die einen gewissen Anteil von dir selbst erfordert, ist höchstwahrscheinlich eine Form der Entspannung, die dir viel Energie gibt. Zumindest kenne ich keine, wo das so ist, wo es nicht stimmt. Und dann kann man natürlich entscheiden, wo habe ich mehr Lust, mich rein zu investieren, als, also wo will ich mir jetzt mehr auf der Skipiste mich anstrengen oder mehr auf dem Wasser mich anstrengen. Und beim Varietättheater, das hat immer noch diese gesellschaftliche Komponente, die Fußball zum Beispiel auch hat. Und du bist nicht in einem dunklen Kino, wo du zwar mit anderen Leuten sitzt, aber keine Beziehung zu denen aufbaust, sondern du sitzt an einem Tisch mit deinen Leuten und du guckst anderen echten Leuten zu. Und das hat vielleicht nicht unbedingt die intellektuelle Komponente, die andere Formen der Entspannung vielleicht haben, aber auch vielleicht gar nicht haben sollen, aber es hat die soziale Komponente. Und du bist in deiner, du bist in deiner Tribe und du siehst andere echte Menschen aus Fleisch und Blut. Wie oft habe ich in einem Film jemanden gesehen, der cool tanzen kann, sich cool bewegen kann, der cool Akrobatik machen kann, war aber davon aber bei weitem nicht so inspiriert, als wenn ich eine echte Person gesehen habe, die das vor meinen Augen macht und das kann. Das hat was Nahbares, das ist was Realeres als das auf dem Bildschirm. Ja, definitiv. Ich glaube, was auch einen großen Unterschied macht bei Social Media ist das Format und die Geschwindigkeit. Weil grundsätzlich die Dinge, die dir vorgeschlagen werden, die Videos, die du siehst auf Social Media, die können ja auch einen sehr inspirierenden Gehalt haben. Beispielsweise irgendein Mensch, der da einen Zaubertrick vorführt und du denkst, das ist beeindruckend, sowas habe ich noch nie gesehen vorher, jetzt habe ich auch mal Lust, ein bisschen Zaubertricks zu machen oder irgendwelche Kartentricks und so weiter. Ganz viel Inspiration, auch so Haushaltstricks, Tipps und Tricks und so weiter kriegen ja Leute ganz viel von Social Media. Ich glaube, der Unterschied ist bloß, dass es so schnell hintereinander kommt und du gar nicht mehr dir mal den Moment nimmst, dich da vollkommen drauf einzulassen und dich jetzt auch damit zu beschäftigen. Und deswegen als Faustregel, wenn man Dinge in der echten Welt macht, zum Beispiel dann ins Theater zu gehen oder ins Konzert und so weiter, du hast da ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, das Lied interessiert mich gar nicht, ich sepp jetzt mal zack weiter, sondern selbst wenn die Band oder der Künstler oder was auch immer da jetzt ein Lied spielt, welches dich vielleicht gerade in dem Moment ein bisschen langweilt oder was ein bisschen Tiefen hat und sich ein bisschen zieht, du musst da stehen oder sitzen bleiben und warten, bis es weitergeht. Du kannst nicht einfach, natürlich du kannst gehen, aber du kannst jetzt nicht die Situation beeinflussen, und ja, alleine das erfordert ja ein bisschen mehr Investment, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, die man dem Ganzen schenkt, als wenn du einfach zack, zack, zack immer weiter zappen kannst und genau, ich denke deswegen, ich denke, es ist ganz klar, sowieso alle Leute, die die ein oder andere Projektivfolge gehört haben, ich glaube, wir sind alle jetzt mittlerweile im Team, das so regelmäßiger Berieselung, Social Media und Fernsehkonsum hochgradig destruktiv ist, genau. Ich muss sagen, mich hat das aber tatsächlich nochmal ein bisschen inspiriert, nochmal meine Form der Entspannung zu unterfragen, weil es ist nicht so, dass ich die Sachen nicht mache, es ist nicht so, dass ich nicht mal einen Film gucke, das passiert schon und es gibt aber auch solche und solche Arten, einen Film zu gucken und genau darauf will ich hinaus, weil der Punkt ist dann nicht zu sagen, ich gucke keinen Film mehr oder ich gucke meinetwegen auch keinen Social Media mehr, man muss gar nicht so drastisch sein, sondern man muss überlegen, oder ich habe für mich überlegt, wie kann ich meinen eigenen Anteil in dieser Aktivität erhöhen und zum Beispiel beim Filme gucken, das mache ich schon sehr lange, da, wenn es nicht Actionfilme sind, wo es nur um Geballer geht, da ist mein Kopf aus, da mache ich nichts, da lasse ich mich berieseln, aber bei allen anderen Filmen, Game of Thrones zum Beispiel oder auch Harry Potter oder Herr der Ringe, das sind für mich Dokumentarfilme über menschliche Interaktion, also Game of Thrones zum Beispiel ist für mich eine Dokumentation über Machtspiele und es gibt gar nicht so viele Orte, wo man sich über Machtspiele informieren kann, wie bei Game of Thrones zum Beispiel, weil was willst du, willst du in die Vorstandsebene von VW mal reinschauen, wird schwierig, da reinzukommen, willst du in die Regierungs, in die höchsten Regierungsränge mal reingucken und gucken, was die für Machtspiele spielen, das kannst du ja als normaler Bürger gar nicht mitbekommen und da ist sowas eine gute Approximation und daraus ziehe ich dann meine Lessons. Hast du Dune geguckt? Noch nicht, aber weil, warum noch nicht? Nicht, weil ich denke, ich habe keine Lust dazu, sondern weil ich denke, das ist ein eher komplexerer Film, der auch eine komplette Story noch mit sich hat und ich habe Lust, mich in dieses Dune-Universum richtig rein zu begeben, damit ich dann richtig geile Sachen aus dem Film wieder rausziehen kann und das ist für mich hochwertige oder eine Anreicherung von der billigeren Entspannung, von der destruktiveren Entspannung, ich reiche sie an mit eigenen Anteilen, mache meine eigenen Gedanken, versuche meine eigenen Schlüsse rauszuziehen, vielleicht kann ich was im Podcast recyceln, vielleicht gibt es da ein Thema, was wir im Podcast besprechen, vielleicht ist da was, was einfach eine coole Metapher ist für irgendein anderes Gespräch und vielleicht erkenne ich da soziale Interaktionen, vielleicht bestätigen sich Muster, vielleicht auch nicht und das finde ich, das gibt mir noch mal einen anderen Engel, solche Sachen anzureichern. Ja, cool, also genauso sehe ich das auch, was Filme angeht. Wenn du, es gibt ja viele Leute und das habe ich früher auch hin und wieder gemacht, dass man einfach so denkt, ich will jetzt irgendeinen Film gucken, einfach so zur Berieselung abends. Ja, aber was denn jetzt? Ja, nee, kenne ich schon, kenne ich schon, guckt man so ein bisschen und dann wägt man immer so ab, so welcher Film hat jetzt das geringste Risiko, scheiße zu sein, weil man eben, ist ja auch immer ein zeitliches Investment sozusagen oder nicht, dass der ganze Abend dann im Eimer ist und wenn man dann aus der Motivation heraus, wenn ich dann so aus der Motivation so einen Film geguckt habe, dann habe ich mich danach eigentlich immer ein bisschen enttäuscht gefühlt, dass so irgendwie, ja, war nichts Halbes, nichts Ganzes. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Film entweder von Herzen empfohlen bekommen habe oder der irgendein gesellschaftliches Thema mit sich bringt und ich den auf jeden Fall gucken wollte oder ich auf eine irgendeine andere Art und Weise darauf gekommen bin, wie beispielsweise bei Dune, da war es so, der wurde mir sowohl von Freunden empfohlen, dann ein sehr guter Freund von mir hat das Buch gelesen und meinte, ja, Friedemann, das Buch solltest du dir auf jeden Fall mal, solltest du mal lesen, das ist total unterhaltsam und aber gleichzeitig lernt man total viel über Politik, über Religion, über Machtverhältnisse, Intrigen innerhalb der Familien und so weiter. Es hat so viele Komponenten, diese ganze Dune-Welt und genau, da habe ich dann auch mir einmal die Zusammenfassung auf YouTube angeschaut, weil das Ganze so komplex ist, dass man da auf jeden Fall erstmal einen Überblick, oder ich brauche da auf jeden Fall erstmal einen Überblick. Dann habe ich mit meiner Familie haben wir das Spiel gespielt, das Dune-Brettspiel, welches auch ultra komplex ist, wo man sich richtig reinarbeiten muss, aber wenn es erstmal läuft, dann macht das richtig viel Spaß. Dann habe ich das Hörbuch gehört, dann habe ich die Filme geguckt und jedes Mal ziehe ich da immer wieder was Neues raus, weil es eben auch so vielschichtig ist und auf der einen Seite so genau unterhaltsam und einfach Spaß macht und auch sehr ästhetisch ist auch sehr viel, gerade die Filme sind sehr auch was fürs Auge und auch für die Ohren, weil da sehr viel auch viel Detailarbeit ins Klangdesign reingesteckt wurde. Und genau, gleichzeitig, aber auch inhaltlich, findet man einfach viele Parallelen und viel so diese Intrigen in den Häusern und das ganze Politische und dann gibt es irgendeine Agenda, aber natürlich wird das Ganze maskiert vor der Öffentlichkeit und das darf nicht rauskommen, aber wenn das rauskommt, dass der Imperator das gemacht hat und so weiter. Also das sind viele interessante Sachen, die sich ähnlich natürlich auch in der realen Geschichte wiederfinden. Und das finde ich stark, dass du hast den eigenen Anteil ins Maximum getrieben, indem du dich mit deiner Familie darüber ausgetauscht hast, indem du dich selber über die Hintergründe informiert hast, um dann das Maximum auch aus dem Film rauszuholen und das ist dann wiederum Entspannung, die du mit großem eigenem Anteil angereichert hast und als ich das dann überlegt habe, dachte ich mir auch, wie oft denkt man wirklich nach? Wie oft, weil man konsumiert die ganze Zeit, aber wie oft denkst du wirklich nach? Und wenn du auf Social Media bist, denkst du nicht nach, normalerweise. Wenn du ein Buch liest, denkst du vielleicht ein bisschen nach, weil du zumindest eine Vorstellungskraft hast. Wenn du einen Film guckst, denkst du normalerweise nicht nach. Selbst wenn du Nachrichten dir reinziehst, denkst du nicht nach, weil da wird dir was diktiert. Das ist 0% Nachdenken, 0% informiert sein, sondern eigentlich nur sag mir, was ich denken soll. Aber das ist nicht informiert sein, sondern das ist programmiert sein, wenn man ehrlich ist. Übrigens dazu auch, passt ganz gut zum Thema Nachdenken. Ich habe letztens jemanden gehabt, der mich gefragt hat oder zu mir meinte, Florian, ich habe keine Ahnung, welchen Nachrichten ich noch trauen soll, weil ich nicht weiß, stimmt es jetzt oder ist es Propaganda? Und da meinte ich zu ihm, ich habe ein Framework für mich entwickelt, um zu entscheiden, ob etwas, was mir jemand sagt oder was Medien mir einindoktrinieren wollen, um herauszufinden, ob das jetzt Propaganda ist oder echte Nachrichten. Und da meinte ich auch zu ihm, das Leben, eine Sache musst du verstehen, die Welt ist zum Teil auch ein Machtspiel. Und eine gute Dokumentation für Machtspiele ist Game of Thrones. Und immer wenn es um Macht geht, geht es darum, oder wer hat die meiste Macht? Die meiste Macht hat die Person, die die Wahrnehmung anderer kontrollieren kann. Und wenn der Machtkampf ein Wahrnehmungskampf ist, dann geht es auch darum, wessen Geschichte hat am meisten Gewicht. Und wenn du jetzt herausfinden willst, ist die Geschichte, die mir erzählt wird, Propaganda oder nicht, habe ich vier Punkte, die, wenn sie alle erfüllt sind, die Geschichte zu einem sehr, sehr wahrscheinlich nicht in Grad Propaganda ist. Und der erste Punkt ist, das Thema wird moralisiert. Oder anders gesagt, das Thema wird emotionalisiert. Es wird mit Angst gearbeitet. Das ist Punkt Nummer eins. Weil wenn du mit Angst arbeitest, dann bist du in der Emotionswelt, nicht in der Logikwelt. Und da kannst du deutlich besser irrationales Verhalten schüren. Der zweite Punkt ist, das Thema wird als so komplex dargestellt, dass nur Experten befragt werden können und keiner sich eine eigene Meinung erlauben darf. Das alleine ist kein Problem. Das aber in Kombination mit allen anderen Punkten ist ein Problem. Der dritte Punkt ist, es wird mit Prognosen gearbeitet statt mit Fakten. Also du musst, Prognosen kann ich scammen, wie ich möchte. Ich kann Modelle bauen, die mir alles wiedergeben. Das ist nicht schwer, ein Modell zu bauen, was das wiedergibt, was ich haben möchte. Es ist aber schwer, Fakten so zu verändern, die das wiedergeben, was ich haben möchte. Auch Fakten kann man verändern, je nachdem, ob man Hoheit über die Faktengrundlage hat, aber es ist deutlich schwieriger. Und der dritte, oder der vierte und wichtigste Punkt ist, ein öffentlicher Diskurs über das Thema wird verboten. Und im besten Fall nicht nur wird ein öffentlicher Diskurs verboten, sondern es gibt auch noch einen Namen, Verschwörungstheoretiker oder Querdenker, was auch immer, für die Leute, die es anders sehen, als der Mainstream es sieht. Und wenn einzelne dieser Punkte erfüllt sind, heißt es nicht, dass du gescannt wirst. Wenn alle vier Punkte erfüllt werden, dann, mein Lieber, wirst du gescannt. Ich fand es interessant, du hast mal gesagt, wenn, das ist jetzt komplett off-topic, ich habe gleich noch ein paar interessante Punkte zum Thema Entspannung. Du hattest mal gesagt, wenn etwas gecancelt wird, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Warum? Weil werden Flat Earthers gecancelt? Nein. Werden Leute, die an Aliens glauben, gecancelt? Nein. So. Ja. Dann kann man sich den Reim daraus machen. Also die Dinge, die einfach keine Bedrohung darstellen, die offensichtlicherweise einfach Quatsch sind. Da wird gar nicht so viel Beachtung geschenkt. Da muss man nicht quasi das Skypell anlegen und das Geschwür entfernen, sondern das lässt man einfach wachsen. Das ist ungefährlich, das ist nicht schlimm. So, aber um das zu denken, um diese vier Punkte zu prüfen, auch das, den letzten Punkt, den du jetzt gerade nochmal gesagt hast, ist ja auch quasi der letzte Punkt, ist eine öffentliche Debatte erlaubt oder nicht? Um diese Punkte zu prüfen, musst du selber dir Gedanken machen. Du musst selber überlegen, ist es jetzt so oder ist es nicht so? Und ich fühle auch bei mir selber wie der Drang dazu, sich keine eigenen Gedanken zu machen, immer größer wird. Weil es ja so einfach ist, sich keine Gedanken zu machen. und egal was ich mache, versuche ich es immer mehr wieder einzubauen, mir eigene Gedanken zu machen. Wenn ich was konsumiere, versuche ich meine eigenen Gedanken zu machen, einmal zu sehen, okay, das steht da, so, was denke ich jetzt? Es ist aber auch so schwer, das darf man nicht vergessen, weil man braucht ja durchaus, um komplexe Zusammenhänge, gerade im Weltgeschehen, verstehen zu können, braucht man einen gewissen Bildungsgrad, einen gewissen Zugang, methodisches Verständnis und Zeit. Auch am Ende braucht man auch Zeit, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und hier sind wir auch wieder beim Thema Entspannung. Erstmal, was vielleicht so dem einen oder anderen jetzt zu Hause aufgefallen ist oder beim Zuhören aufgefallen ist, Florian hat eben gesagt, wann denken wir denn schon mal? Also, das Denken ist für dich auch eine Komponente, ist das so? Ist das Denken für dich auch eine Komponente der Entspannung? Nicht unbedingt. Das muss nicht unbedingt Entspannung sein, aber es... Weil wenn ich jetzt an Entspannung denke, insbesondere, wenn ich wirklich mich nach Entspannung sehne, nicht weil ich mir jetzt vornehme, so jetzt, Friedemann, jetzt musst du dich auch mal wieder entspannen, sondern ich habe richtig Bock, mich zu entspannen, dann will ich gar nicht denken. Dann will ich komplett abscheiden und da verstehe ich sehr gut, dass das allererste, was passiert ist, dass man das Handy rausholt und mir dann die Füße hochlegt und erst mal sich berieseln lässt. Das macht man ja auch nicht absichtlich, dass man dann denkt, so jetzt lasse ich mich berieseln und knalle einmal komplett meinen Dopamin durch, sondern nee, das fällt erst im Nachhinein auf. Jetzt habe ich eine Stunde am Handy verdattelt und ich fühle mich irgendwie gerade ein bisschen ausgelaufen. Das passiert ja auch erst im Nachhinein. Ich habe auf jeden Fall hier noch ein paar Punkte aufgeschrieben, was so meine Lieblingsentspannungsarten sind, die nicht besonders viel, die viel Eigenanteil haben, aber gleichzeitig keine großartige Anstrengung bedürfen. Und bevor ich auf die eingehe, der Punkt zu dem, was du eben meinten, und zwar, man braucht viel Zeit, um jetzt nochmal aufs Denken zurückzukommen und wenn man zum Beispiel sich auch in die Antike nochmal zurückversetzt und die alten Griechen, die alten Philosophen und so weiter, die haben ja viel entspannt. Die haben ja auch viel diskutiert, philosophiert, deswegen ist ja auch diese ganze Philosophie da entstanden, weil die so viel Zeit hatten. Und warum hatten die so viel Zeit? Weil die das richtige Setup hatten dafür. Ein ganz makaberes, trauriges Setup, und zwar die hatten damals Sklaven, die haben nicht gearbeitet, diese hochrangigen antiken Griechen. Die haben die Zeit und Muße gehabt, sich um ihr Vermögen zu kümmern, um sich zu vergnügen miteinander und dann auch solche sogenannten Symposien abzuhalten, wo die sich dann da hinsetzen und einfach nur über Gott und die Welt philosophieren und eine schöne Zeit miteinander haben. Und im Grunde genommen, Florian, wenn man das mal auf die heutige Zeit spinnt, was wir hier mit dem Podcast veranstalten, ist ein ähnliches Symposium. Und für mich ist das auch teilweise Entspannung. Auf der einen Seite ist es Anspannung, weil ich weiß, jetzt müssen wir wieder haufenweise Content produzieren. Müssen wir nicht, aber manchmal kommt es einem dann ja doch so vor. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn wir erstmal hier sind und wir sind im Sprachfluss, dann ist das für mich pure Entspannung und es macht Spaß und es ist ja eine Sache, die wir auch jetzt aus einer sehr privilegierten Situation heraus machen können, weil wir eben das richtige Setup dafür geschaffen haben, dass wir uns jetzt hier so ein Symposium aneignen können, dass wir jetzt diskutieren können darüber, wie entspanne ich mich richtig und was ist gut und schlecht und so weiter. Und so, warum erzähle ich das Ganze jetzt? Weil Rockefeller hat ein lustiges Zitat gebracht und zwar, wer acht Stunden am Tag arbeitet, der hat keine Zeit, um Geld zu verdienen. So, fand ich ganz interessant, weil die meisten Leute arbeiten ja wahrscheinlich acht Stunden am Tag, um ihr Geld zu verdienen. So, was meint er jetzt damit? um Geld zu verdienen, aber auch um sich richtig entspannen zu können, braucht man Raum und die nötige Zeit dafür, um auch einfach mal alles loszulassen. Und wenn du, da findet dann nämlich tatsächlich innere Arbeit statt, inneres Loslassen und da kommen dann auch die Ideen, die dir am Ende sehr viel Geld bringen werden, die werden nicht entstehen, wenn du jetzt acht Stunden am Tag immer nur am Grinden bist und den ganzen Tag nur am Durcharbeiten und sich so ein Setup zu schaffen, deswegen, ich glaube, da fängt es wirklich an, dass man sich, wenn man jetzt sich fragt, okay, wie kann ich jetzt mehr Entspannung in mein Leben reinbringen, um auch mal mehr dem Geist Freiheit zu verschaffen, dass in mir drin überhaupt Ideen entstehen können, dass ich mein Leben reflektieren kann, dass ich tatsächlich loslassen kann, dass ich tatsächlich entspannen kann, dass ich mich tatsächlich innerlich ausrichten kann, damit all diese Gedanken überhaupt entstehen können, braucht es einen Nährboden und diesen Nährboden muss ich erstmal haben und wie könnte dieser Nährboden jetzt in der Realität konkret ausschauen, na erstmal jegliche Störfaktoren zu reduzieren und zu entfernen, das bedeutet, das kann für jeden was anderes sein, für mich ist das zum Beispiel Lärm und Geräusche, da kann ich mich dann nicht besonders gut entspannen, ich kann mich eher entspannen bei Stille oder sowas wie Vogelgezwitscher, das finde ich super. Gleichzeitig für mich ist ein Setup, wo ich sehr meine Gedanken, wo meine Gedanken frei werden, auch so einen Blick in die Ferne, deswegen liebe ich es auch hoch zu wohnen und weit gucken zu können, für mich ist der größte Albtraum in einer Erdgeschosswohnung zu wohnen, sondern ich liebe es, einfach einen weiten Blick zu haben im Alltag, dann gleichzeitig sich natürlich proaktiv seine ganzen Benachrichtigungen am Handy in den Griff zu bekommen, dass man nicht die ganze Zeit abgelenkt wird, also ein Setup sich eben aufzubauen, ich selber habe jetzt keine Kinder und ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist im Alltag, deswegen kann ich darüber jetzt auch nicht allzu viel sagen, ich weiß nur, wie es bei meiner Schwester ist, die hat drei kleine Mädels und da weiß ich, dass das sehr schwer ist, sich da mal so ein Setup zu arrangieren, um richtig zu entspannen, deswegen bei ihr ist das, puh, erstmal, da muss man erstmal anfangen, sich überhaupt mal eine Stunde freizuräumen, wo nicht immer irgendwo Kinder sind, die Bedürfnisse haben, die erfüllt werden müssen, sodass man auch mal innerlich diese innere Ruhe zulassen kann, das heißt, der erste Step ist tatsächlich, es irgendwie hinzubekommen, dieses Setup zu machen, wenn man keine Kinder hat und wenn man vielleicht auch, wenn man auch selbstständig ist und selber Herr der Lage in seinem Unternehmen ist, dann hat man da hervorragende Voraussetzungen, um sich dieses Setup zu erschaffen und genau, wenn man da eben nicht ist, dann ist es halt vielleicht nochmal mehr, mehr überhaupt ein Kampf, in diese Situation reinzukommen, ich bin mir sicher, man findet immer einen Weg, bloß da würde ich sagen, das ist so der erste Punkt, um mal richtig zu entspannen, sich mal all den Lärm, all das um ihn herum für einen Moment zumindest, das irgendwie hinzukriegen, dass man für den Moment das einmal alles nicht hat und einfach nur einmal Tabula rasa einen blanken Tisch vor sich und dann kann man vielleicht wieder anfangen, was hinzuzufügen, wie beispielsweise jetzt sehr bewusst einen Film zu gucken oder ein Buch zu lesen oder ein Musikstück zu machen. Ja, also ich glaube, der fast der größte Störfaktor in diesem Setup, was man sich gestaltet, ist tatsächlich das Handy. Weil du kannst das perfekte Setup haben und denkst so, jetzt will ich mal entspannen und anders als Florian, der jetzt gerade so einen auf jemanden tut, der immer nur die ganze Zeit nachdenkt, möchte ich wirklich mal nicht nachdenken und dann sitzt du da und scrollst auf dem Handy und das Ziel von Entspannung ist ja eigentlich, dass du dich belebt fühlst und ich kenne niemanden, der sich danach belebt fühlt und ich will nicht falsch verstanden. Ziel der Entspannung ist Regeneration. Genau und das ist es aber safe nicht, weil niemand jemals hat sich danach regeneriert gefühlt und ich will nicht sagen, dass du immer nachdenken musst oder so, das mache ich ja selber auch nicht, aber oft macht man die richtigen Aktivitäten, verbaut sie sich aber mit anderen Konsum, der noch dazukommt. Also du kannst einfach spazieren gehen und du musst auch nicht dabei nachdenken. Du kannst einfach nur spazieren gehen, dir die Häuser angucken, denken, was für ein geiles Haus, dir die Vögel beim Zwitschern zuhören, die Sonne auf der Haut genießen und da hast du nicht groß gedacht, aber fühlst dich danach trotzdem entspannt. Du kannst ein Stück auf einem Instrument spielen, was du beherrschst. Es ist für mich keine Anstrengung, ein Stück zu spielen, was ich schon kann. Da ist mein Kopf aus und ich lebe die Musik, ich fühle die Musik, die ich spiele. Ich kann im Urlaub, man könnte sagen, Strandurlaub ist dann ein destruktiverer Urlaub als ein Skiurlaub, weil beim Skiurlaub hast du einen viel größeren Anteil von dir selbst als beim Strandurlaub. Aber auch da würde ich sagen, kommt drauf an, was du beim Strandurlaub machst. Wenn du am Strand liegst und am Handy chillst, dann ist es ein destruktiver Urlaub. Wenn du allerdings am Strandurlaub bist und da bist und aktiv wahrnimmst, was so passiert, das Wasser genießt, die Natur genießt, die Sonne genießt, die Menschen genießt, den Flair genießt, die Architektur vielleicht bewunderst, die Freiheit genießt, die Freiheit auch auskostet, indem du sagst, jetzt gehe ich nochmal essen und jetzt nochmal essen oder ich will gar nicht kochen, sondern ich will jetzt einfach nur in dem Hier und Jetzt sein und so leben, als hätte ich keine Begrenzung, meinetwegen. Das sind ja alles Sachen, die erfordern einen großen Teil von dir, nämlich alles, in dem du präsent bist. Und präsent zu sein in einem schönen Setting erfordert nicht, dass du nachdenkst, erfordert aber trotzdem alles von dir und führt zu einem hohen Grad an Lebendigkeit danach. Und deswegen, das wollte ich nochmal sagen, damit das klarer und präziser wird. Hast du auch ein paar Lieblingsentspannungsarten? Habe ich, aber fangen wir erstmal an. Wir können ja abwechselnd machen. Also meine allererste Lieblingsentspannungsart und die hat wirklich eine ganz geringe Einstiegshürde, ist aus dem Fensterstarren. Und zwar, wie mache ich das? Ich stelle mich ans Fenster und starre hinaus. Und das ist alles. Und ich gucke mir dann einfach an, was da hinten für ein Auto vorbeifährt, für ein Fahrrad lang fährt und die Bäume, wie die Blätter im Wind rascheln. Und manchmal bin ich dann auf dem Balkon, dann höre ich noch die Vögel und spüre selber die Luft und gucke einfach nur raus. Und deswegen liebe ich es auch, in die Ferne gucken zu können. Weil ich weiß nicht, ob das irgendwie evolutionär verankert ist, dass wenn man in die Ferne gucken kann, dass man sich sicher fühlt und geborgen fühlt, weil keine unmittelbar nahe Gefahr droht. Ich weiß nicht, irgendeine Theorie gibt es dahinter, weshalb Blicke in die Ferne entspannend wirken. Es gibt noch einen zweiten Punkt dazu. Ich glaube, das erste ist super smart mit der Evolution. Der zweite Punkt ist, wenn du in die Ferne guckst, dann stellt dein Auge auf unendlich, hat eine unendliche Brennweite. Das heißt, das Auge strengt sich nicht an zu gucken. Wenn ich jetzt hier auf meine Finger gucke, wenn du es jetzt auch mal machst, dann musst du deine Augen ja richtig anstrengen, um das zu fokussieren. Und je weiter du weg guckst, desto entspannter ist das Auge und muss gar nicht fokussieren, wenn du wirklich in die Ferne guckst. Wenn du ein Haus am Meer hast und du guckst wirklich ins Nichts, dann ist dein Auge komplett entspannt, weil es nichts fokussieren muss. Und das ist ein physiologischer Grund, warum es entspannend wirkt. Und genau, was auch noch da reinkommt, das braucht auch ein bisschen Geduld. Also generell einfach, sich da hinzustellen oder aus dem Fenster zu gucken, da muss man auch ein bisschen Geduld für aufbringen. Und ja, irgendwie gerade dadurch gibt mir das aber ganz viel. Das ist mein erster Punkt. Wie schaut es für dich aus? Mit Freunden was machen. Und da, also ich liebe es, was mit Freundesgruppen zu machen. Ich liebe es aber auch, was mit einzelnen Freunden zu machen. Und ich mache mehr was mit einzelnen Freunden, als dass ich was mit Freundesgruppen mache. Aber beides gibt mir sehr viel. Bei beidem spielen Handys gar keine Rolle. Weder bei mir noch bei meinen Freunden. Und wir essen zusammen, wir reden zusammen, wir lachen zusammen, wir unternehmen was zusammen. Gerade mit meinen alten Schulfreunden, da stehen Unternehmungen immer im Vordergrund. Und das sind Aktionen, wo persönliche Beziehungen gestärkt werden, wo es auch fast egal ist, was man macht, weil man es gemeinsam macht. Und da kann man auch einfach nur eine heiße Schokolade trinken, gemeinsam. Und wenn ich jetzt alleine eine heiße Schokolade trinke, denke ich mir, cool, wenn ich es aber mit dir trinke, so, dann ist das wieder was Besonderes. Ja, hier, Friede und ich beim heißen Schokoladen trinken und beim Austauschen und wahrscheinlich über irgendwas reden, was vielleicht auch wieder hätte eine Podcast-Folge sein können, aber einfach unsere private Podcast-Folge bleibt in unserem Gedächtnis. Oder auch über irgendwas zu reden, was gar nicht intellektuell ist, sondern einfach nur persönliche, wie läuft dein Leben gerade? Was hast du so gemacht? Zu lachen. Ja, zu lachen, Witze zu machen, über alte, was ich auch sehr gerne mache, ist über alte Erlebnisse zu lachen, wo wir drüber sprechen. Ich habe letztens mit einem Freund telefoniert und da haben wir uns richtig darüber beömmelt, dass wir, wir waren beide sehr gut in der Schule, aber haben das auch genutzt, um uns Freiheiten rauszunehmen, weil wir ja so gut waren. Also ich war schlecht, aber dann wurde ich gut und dann habe ich mir die Freiheiten rausgenommen, als ich es mir erlauben konnte. Und eine Sache, die wir gemacht haben, ist, wir haben einmal an einem Morgen entschieden, dass wir jetzt keine Lust haben, in die Schule zu gehen, sondern viel mehr Lust haben, zusammen zu zocken. Und dann bin ich, statt in die Schule zu fahren am Morgen, bin ich zu ihm gefahren, in die andere Richtung und dann haben wir uns morgens bei ihm getroffen, um acht, und haben von acht bis 14 Uhr, so lange war die Schule, gezockt. Und danach bin ich wieder nach Hause gefahren und habe mich gefühlt, und natürlich ist Zocken keine besonders konstruktive Art der Entspannung. Ich habe es damals aber richtig gefeiert, zumal es ja auch mit ihm zusammen war, physisch am gleichen Ort, nicht über Bildschirm. Und jetzt ömmeln wir uns immer noch darüber, dass wir das einfach gemacht haben. Und so gibt es ganz viele Geschichten mit ganz vielen Freunden, wo wir einfach, wenn wir in Gedanken schwelgen, immer wieder auf neue Geschichten kommen, die passiert sind. Findest du es immer entspannend, Zeit mit Freunden zu verbringen? Ich kenne das von mir manchmal so, dass ich denke, boah, richtig cool, und dann gehen die wieder, und dann denke ich mir so, ach, das ist jetzt auch gut. Ja, ich glaube, das hängt ab von dem Maß an Extrovertiertheit oder Introvertiertheit, die man hat. Ich glaube, wenn man sehr extrovertiert ist, ist das sehr chillig für einen. Wenn man sehr introvertiert ist, ist das sehr scheiße. Aber ich glaube, deswegen denke ich, wenn du sehr introvertiert bist, trifft man sich vielleicht mit einer Person. Und dann ist das vielleicht doch wieder gut, weil man mit einer Person eine gute Beziehung aufbauen kann, weil man mit einer Person gut reden kann. Und bin natürlich, also ich finde es sehr entspannt. Ich war zum Beispiel mit acht, mit sieben Freunden in Brasilien für fünf Wochen vor ein paar Jahren und fand das einfach nur geil. Aber sicherlich gibt es andere Leute, die dann nach zwei Wochen gedacht hätten, cool und tschüss. Ja, also auf den Workations, ich denke, es hängt auch immer sehr damit zusammen, wie sehr man mit den Leuten vibet. So ist es. Und auf den Workations war es meistens so, dass ich mir vorstellen könnte, ich könnte das ganze Jahr hier zusammen in der Villa chillen und co-worken, ist ultra cool. Genau, aber manchmal auch, wenn vielleicht, ja, das sind dann auch Freunde, aber jetzt vielleicht nicht so die besten Freunde oder die nicht so viel mit einem zu tun haben, so im Alltag. Oder vielleicht auch da, es hängt vielleicht auch nicht immer, liegt vielleicht auch nicht mal an denen, sondern vielleicht auch, wie sehr habe ich mich dem Gegenüber eigentlich in meinem Inneren geöffnet und habe das Gefühl, dass die mich verstehen. und, ja, ich glaube dann, das hat auch viel damit zu tun, wie sehr man dann loslassen kann und wie es dann vielleicht auch von der Entspannung zur inneren Anspannung werden kann und dann braucht man danach eigentlich nochmal Entspannung. Ja. Ja. Aber genau, es ist richtig schön, wenn man das wirklich als echte Entspannung empfindet. Also als größeren Punkt einfach soziale Interaktion. Also ich fühle mich danach einfach richtig gut und fühle mich richtig belebt und lebendig. Mein nächster Punkt ist Spazierengehen. Ich denke, das ist recht trivial. Ich selber unterschätze es manchmal allerdings und ich bin oft wieder überrascht, wenn ich einen Spaziergang gemacht habe und nach Hause komme, dass ich mir denke, wow, das war genau richtig jetzt. Das hat mir die Klarheit gegeben, die ich brauchte. Einmal kurz Distanz von dem ganzen Daily Hustle und genau, jetzt habe ich wieder eine klare Idee, eine klare Richtung und war total super. Also Spaziergang finde ich ein so einfaches Mittel, um einmal zu entspannen, einmal Energie zu tanken und sich auch zu inspirieren. Cool. Also den Punkt habe ich auch aufgeschrieben. Finde ich mega. Insbesondere, wenn jetzt ist ja Frühling und jetzt fängt es an, dass die Sonne morgens rausguckt, dass der Himmel mal wieder blau ist, dass die Vögel zwitschern und dass die Bäume grün werden. Und an solchen Tagen, wenn ich morgens aufwache und das erlebe, dann gehe ich fast immer raus spazieren. Kurz, für ein paar Minuten. Habe ich jetzt letzte Woche auch wieder ein paar Mal gemacht. und der Tag ist dann gewonnen meistens. Und anders, wenn es eklig draußen ist, dann lasse ich es und dann ist der Tag auch manchmal nicht gewonnen. Aber ich hatte selten einen Tag, der nicht gewonnen wurde, wo ich morgens spazieren gegangen bin. Ein anderer Punkt, den ich aufgeschrieben habe und der einfach klingt, aber sehr schwer ist, ist nichts tun. Und mit nichts tun, das kann verschiedene Formen annehmen. Ich finde, aus dem Fenster gucken ist auch sowas wie nichts tun. würde für mich auch in die Kategorie reinfallen und einfach da zu sein. Meditieren? Nee, nicht meditieren, sondern einfach da zu sein. Zum Beispiel, und ein Spaziergang kann auch so halbwegs in die Rolle von nichts tun fallen, weil außer, dass du gehst, machst du nichts mit deinem Kopf. Ich meine, vor allem nichts tun mit dem Kopf. Ich glaube, das ist das, was ich meine. Nichts mit dem Kopf tun. Und was, du kannst auch jetzt bei uns im Norden, kannst du auch an den Strand fahren und einfach in den Strandkorb setzen und nichts tun. Die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen, in die Ferne gucken und da sitzen. Und ich mache das jetzt nie besonders lang, aber 15 Minuten nichts zu tun, klingt easy, ist aber, machen die wenigsten Leute überhaupt jemals. und für mich ist das so eine Situation, wo, obwohl ich gar nicht nachdenke, trotzdem Ideen in meinen Kopf fallen. kennst du das, wenn du dir Gedanken zu einem Thema machst, nicht auf eine Lösung kommst, das dann parkst in deinem Kopf und dann machst du Workouts, du machst einen Spaziergang, du sitzt irgendwo und dann fällt dir was ein dazu, obwohl du nicht drüber nachgedacht hast. Und das passiert bei mir recht oft beim Nichtstun. Wenn ich meinem Kopf den Raum lasse und gleichzeitig aber auch die Freiheit gebe, nichts zu machen, macht er auch nichts. Aber ab und zu kommt dann was. Und ich glaube, das ist vielleicht, ehrlich gesagt, bei unterschiedlichen Menschen, manche Menschen nennen das vielleicht sogar Meditieren. Weil, als ich mal meditiert habe, diese eine Stunde in Lissabon, weißt du noch? Ja. Das hat sich sehr ähnlich. Das war genauso. Nichtstun, nur halt, dass ich wirklich drauf geachtet habe, wenn ich irgendwas denke, dass ich dann wieder weg sende. Aber das macht es halt ein bisschen anstrengend, dass du die ganze Zeit deinen Geist fokussieren musst. Beim Nichtstun bist du dir selber sehr gnädig gegenüber. Du akzeptierst es, wenn du wegpennst. Du akzeptierst es, wenn du dann doch über irgendwas nachdenkst. Und beim Meditieren war es bei mir zumindest oft so, dass ich dann innerlich so ein bisschen angespannt war von wegen, ja, ich muss jetzt meinen Geist entleeren. Das ist wahrscheinlich auch der falsche Ansatz. Aber, genau, deswegen für mich resoniert auch, dass Nichtstun ist so, okay, geil, ich darf echt einfach nichts tun. Meditieren ist so, oh, jetzt eine Stunde meditieren, das ist anstrengend. Schachspielen ist für mich eine sehr mächtige Entspannungsmethode, weil ich dadurch also man muss komplett bei der Sache sein und man geriet irgendwie gerade ich dabei so in so einen in so einen Zeittunnel fast in eine Trance, dass ich so krass die Zeit vergesse und also ich kann zwei Stunden am Stück Schachspielen mit hier Chess.com mit dieser App und es kann sich wie zehn Minuten anfühlen. Es ist total verrückt und ich mache auch nichts anderes dabei und teilweise startet man da auf den Bildschirm fünf Minuten lang aber bei voller Geduld gucke ich dann auf diesen Bildschirm und ich denke mir dann auch nicht so was wie mach doch endlich deinen Zug sondern nee, ich warte einfach ganz geduldig bis der seinen Zug gemacht hat. Überlege mir währenddessen, was ich mache dann hat er seinen Zug gemacht, dann überlege ich mir meinen Zug und warte wieder und so ein Spiel kann ja, das nennt sich schon schnell Schach genau, dauert dann aber eine Stunde und gibt es nicht eine Uhr, die runterläuft? Achso und das machst du halbe Stunde pro Person? Genau, also jeder hat eine halbe Stunde Zeit, es gibt aber ganz viele verschiedene Ich mache immer so zehn Minuten Genau, das wäre Blitzschach aber genau, das kannst du auch machen, das finde ich persönlich ein bisschen stressig und ich spiele dann zwei, drei Runden Schach manchmal an einem Abend und habe so den ganzen Abend gefüllt und das ist dann so eine richtige Trance, in der ich bin und wo alles andere einfach egal ist, ich bin einfach dann nur bei diesem Spiel und genau, das ist für mich sehr entspannt, da muss ich bloß manchmal auch aufpassen, ich hatte auch eine Phase, wo ich dann so richtig im Game drin war, dass das schon fast tagsüber mich manchmal so reingezogen hat und ich dachte so, jetzt eine Runde Schach spielen, das kann dann auch ein bisschen zur Prokrastination werden, aber auf der anderen Seite, wenn prokrastinieren, dann doch mittags irgendwie bei einer Tasse Tee eine Runde Schach spielen, das finde ich ist dann das geringere Übel, als zum Handy zu greifen. Hast du eigentlich ein echtes Schachbrett? Ja, habe ich. Aber niemanden? Genau, ich habe niemanden zu Hause zum Spielen. Verstehe, verstehe. Ich finde es super toll, wie das auf dem iPad funktioniert, weil es ist nicht so klein wie auf dem Handy, es ist sehr übersichtlich, gleichzeitig musst du auch nie das Spielbrett aufbauen, das macht es super praktisch und du spielst immer gegen jemanden, der dir auf Augenhöhe ist und das macht es super interessant. Cool, echt cool. Mein nächster Punkt ist Skifahren, aber ich meine damit tatsächlich Skifahren, nicht Snowboard fahren. Und zwar bin ich letztens einen Tag Ski gefahren und nicht Snowboard und habe ganz vergessen, wie geil Skifahren ist. Und ich finde Snowboard an sich besser, weil ich damit im Tiefschnee viel besser, viel chilliger fahren kann und das entspannteste überhaupt ist Tiefschnee mit dem Snowboard. Allerdings muss man da auch mal so ein bisschen aufpassen, wo geht es jetzt lang und ist da irgendwas und Lawine und so ein ganzen Kram. Und all solche Gedanken hast du auf der Piste natürlich nicht, aber wenn ich nur Piste fahren dürfte, dann finde ich es ganz klar, dass Ski besser ist als Snowboard. Und das habe ich jetzt aber erst wieder herausgefunden, nachdem ich nach zehn Jahren das erste Mal wieder Ski gefahren bin und dann da lang zu karven und die Hüfte zu bewegen. Ich habe mich so ein bisschen wie so ein Opa gefühlt, der schon aber seit 40 Jahren Ski fährt und dachte mir, wie ein Opa. Ja, weißt du, auf dem Snowboard fühlst du dich nicht wie ein Opa. Da fühlst du dich wie so ein junger, cooler, hipper Typ, der irgendwie seine Jumps macht und so. Wenn du dann aber auf die Skier wechselst und es einfach nur darum gehst, dass du zwei perfekt parallele Carving-Linien, nicht Spuren, sondern nur Linien in den Schnee ziehst. Du hast dich wie ein Erwachsener gefühlt. Ja, fast wirklich wie ein Opa, weil ich habe wirklich meine Hüfte bewegt, meine Knie, zack, zack und dachte mir, ja, genau so, jeder Schwung zählt und war einfach bei jedem Schwung dabei. Da dachte ich, ja, hier wird es ein bisschen steiler, geh noch mehr rein. Aber mit dem Oberkörper musst du ja trotzdem gerade runterfacen und den Oberkörper nicht zu sehr bewegen, sondern nur unten. Und das hat sich wie ein Opa angefühlt ein bisschen, aber so entspannt, wie so ein eleganter Opa, der das schon sein Leben lang macht. Sport-Opi. Ja, genau. Und das war für mich für auf der Piste eines der entspannendsten und coolsten Gefühle, die ich seit langem hatte beim Wintersport. Und deswegen würde ich sagen, auf der Piste Skifahren. Aber so richtig karven, nicht einfach Skifahren, so den Schnee wegschieben, sondern richtig auf den Kamm. Das hat, ja, cool. Ja, fühle ich auch. Fühle ich auch. So Skifahren, das ist was sehr Feines. Du hattest mir ja neulich ein paar, eine erste Stunde im Snowboarden gegeben. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt aber auch sehr heiß darauf, das weiter auszuprobieren. Ja, kurz Anmerkung dazu. Sehr viel Spaß gemacht. Hat abrasiert. Also wir haben wirklich, Friedman, du bist noch nie Snowboard gefahren. Und dann haben wir eine Stunde, wirklich, wirklich eine Stunde gemeinsam verbracht, vielleicht anderthalb. Und danach ist Friedemann einfach gefahren. Ja, gut, aber nicht wie ein Pro, aber du bist nicht hingefallen. Du konntest links und rechts fahren, also nicht links und rechts vorne, sondern auf Frontside und Backside fahren. Das war sehr impressive in der kurzen Zeit. Ich glaube, das kam vom Wakeboarden und vom Kiten. Stimmt. Tee trinken. Und damit meine ich nicht einfach irgendeinen Tee, sondern für mich ist das vor allem grüner Tee und dann richtig aufgekocht. Also da gibt es hundert verschiedene Art und Weisen, wie man das machen kann. Ich mute mir nicht oder ich maße mir nicht an, zu behaupten, welche davon die richtige ist. Ich persönlich mache es immer so, dass ich auf 80 Grad eine Minute ziehen lasse, dann kippe ich das weg und dann mache ich genau das gleiche nochmal 80 Grad und wieder eine Minute ziehen lassen. Und also den zweiten Aufguss trinke ich dann und dann schmeckt der Tee sehr sanft. Und ich weiß auch nicht, vielleicht funktioniert das jetzt auch nur mit dieser speziellen Tee-Sorte. Das ist auf jeden Fall ein sehr hochwertiger Tee und das ist ein richtiges Ritual und braucht auch Hingabe. Man braucht ein bisschen Präzisionsarbeit, den dann so aufzugießen, auf die Uhr zu gucken, aufs Thermometer. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen ist das das Äquivalent wie beim Kaffee mit der Siebträgermaschine. Die braucht ja auch sehr viel Hingabe. Die braucht zehn Minuten, bis die hochgefahren ist. Dann muss man die Mühle auf die Bohne einstellen und was weiß ich noch alles, den richtigen Druck und so. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber ich kriege das mit, dass viele damit anfangen. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es auch was sehr Entspannendes hat, weil es eben diese Hingabe hat und man danach sich auch hinsetzt und dann hast du halt nicht den Kaffee oder den Tee und bist am Handy und trinkst den dann so nebenbei, sondern du bist dann wirklich da und genießt dieses Getränk, was du da hergestellt hast. Und da ist man auch sehr im Moment. Das mache ich gerne so in der Mittagspause. Interesting. Mein nächster Punkt ist Schlafen. Die höchste Form aller Entspannungen. Und wenn man das nicht ernst nimmt, brauchst du ziemlich viel von all den anderen Entspannungen, um das zu kompensieren. Und für mich ist Schlaf sehr heilig. Es gibt sehr selten Fälle, wo ich nicht genug schlafe. Ich schlafe immer sieben Stunden. Fast immer sieben Stunden. So jetzt morgen Abend, heute Abend nicht, weil wir hier so lange noch aufnehmen werden und dann muss ich nach Hamburg und dann fliege ich morgen früh um sechs nach Wien. Aber das ist eine Ausnahme. Ansonsten versuche ich immer sieben Stunden zu schlafen und eigentlich acht. Nur manchmal kannst du, wenn du zu spät ins Bett gehst, kannst du nicht auf einmal acht Stunden schlafen. Dann müssen es halt sieben sein. Und das ist für mich eine sehr wichtige Form der Entspannung, die ich jeden Tag mache. Aber auch sehr ernst nehme. Und auch als solches ernst nehme. Dazu haben wir auch mal eine ganze Folge aufgenommen, wie man seinen Schlaf optimieren kann, um dann auch erholsam zu schlafen. Hast du dein Knowledge gesplittet? Und eine Sache, die ich jetzt letztens erst noch mal für mich noch klarer verstanden habe, ist, ich versuche jetzt noch öfter meine Bettwäsche zu wechseln. Weil immer, wenn ich die Bettwäsche wechsle, dann schlafe ich noch mal besser. Noch mal wie auf Wolken. Es fühlt sich einfach frisch an. Ich fühle mich noch besser. Und zweiter Tipp, das ist aber jetzt schon länger so bei mir, ist das Zimmer aufgeräumt zu haben. Also ein aufgeräumtes Zimmer und eine neue Bettwäsche changt das Schlafgame komplett. Auch wenn das eigentlich nichts mit dem Schlaf zu tun hat. Das verändert alles. Weil dann wachst du auf und denkst dir, geil. Auch wenn die Sonne scheint. Wenn das ein unaufgeräumtes Zimmer ist, scheint die Sonne und denkst, oh, was ist das denn hier? Wenn das Zimmer aufgeräumt ist, denkst du dir, wow, die Sonne scheint. Das gleiche aufgeräumte, aufgeräumtes Büro, du arbeitest ganz anders. Aufgeräumtes Wohnzimmer, du kannst dich viel mehr. Viel besser entspannt. Genau, entspannt. Aufgeräumte Küche, auf einmal liebst du es zu kochen. Also aufräumen, Sauberkeit und sowas, das ist schon sehr wichtig, finde ich persönlich. Ja, für mich Gitarre spielen. Gitarre spielen, manchmal was Neues zu lernen, das ist dann so, da braucht es dann noch mal mehr Hingabe und mehr Aufmerksamkeit. Manchmal aber auch einfach etwas, was ich schon kann, zu spielen und mir dann dabei selber sozusagen zuzuhören. Also ich spiele mir quasi selber ein Konzert vor und das funktioniert vor allem mit Stücken, die ich schon sehr oft gespielt habe, weil ich die dann so fast automatisch einfach abspielen kann und dann versetze ich mich gedanklich in die Rolle des Zuhörers und spüre einfach nur die Musik. Ich höre die Musik, ich fühle sie körperlich und genau, das ist dann, finde ich für mich dann einfach ein sehr, sehr intensives Erlebnis, sage ich mal. Strong. Ja, zum Entspielen ist es. Sich selber ein Konzert vorspielen. Ja, das ist eine hohe Form der Selbstliebe, kann man auch sagen. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Und auch, also Schwingung, was Schwingung mit einem innerlich machen kann, das löst bei mir ganz viel Spannung. Wenn ich so den Resonanzkörper der Gitarre an meinem Körper spüre und dann irgendwelche tiefen Töne daran spiele, das löst bei mir ganz viel. Das ist fast therapeutisch. Mein nächster Punkt, der eher neuer ist, der mir aber sehr gefällt, ist, alte Schriften oder Bücher zu lesen, die den Test der Zeit bestanden haben und die aber nicht nur zu lesen, sondern zu lesen und immer im Kopf zu haben, die Frage, warum. Und das ist was recht Neues bei mir, weil ich lese ja die Bibel und bin da noch gar nicht weit, wenn ich ehrlich bin. Aber bei jedem Vers, der irgendwie, ja, nicht bei jedem Vers, bei vielen Versen, wo irgendwas steht, denke ich mir nicht, ah ja, okay, finde ich gut, weil es in der Bibel steht, sondern ich denke mir, warum steht es da? Und das ist eine Übung, die sehr belohnend ist, wenn man das auf andere Bereiche auch überträgt, egal was man liest, die Frage zu stellen, warum. Weil normalerweise, oder früher bin ich, hatte ich meine Meinung und habe was gelesen und entweder dachte ich aus Autorität heraus, weil, okay, das steht halt in der Bibel, deswegen muss es stimmen, deswegen ist es cool, das war jetzt nicht mein Thema, aber das könnte man denken. Okay, das ist jetzt so, das nehme ich jetzt als eigenes Gedankengut. Oder du liest was und denkst, ah nee, das stimmt nicht mit meiner Meinung überein, ich verwerfe das. Wenn du jetzt aber ein Buch liest, was den Test der Zeit bestanden hat, und das ist wichtig, kannst du nicht bei jedem Kram machen, sondern wenn du es bei allem machst, dann kommst du halt nicht voran. Wenn du es auch bei Sachen machst, die den Test der Zeit bestanden haben, und die Bibel ist meiner Meinung nach einer der Bücher, oder einer der Bibliotheken, könnte man fast sagen, weil es ja viele Bücher drin sind, die den Test der Zeit bestanden haben, da lohnt es sich auch mal zu fragen, warum steht es da? Und ein Beispiel dafür ist, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, gleich die allererste, gleich das allerallererste, Genesis, der ganze Anfang. Am Anfang war Himmel und Sterne. Gott sprach, es werde Licht. Dann wurde es Licht. Dann gab es Licht und Dunkel. Dann gab es Wasser und Erde. Dann gab es Menschen. Der Mensch war aber nicht vollkommen. Auf einmal gab es Mann und Frau. Dann gab es Licht und Dunkel. Also solche Sachen wurden dann da aufgezählt. Dann kannst du sagen, okay, gut, steht einfach da. Oder du kannst immer fragen, warum steht das da, und warum wird alles im Doppel aufgezählt. Und die Dualität. Exactly. Und dann kannst du sagen, okay, die Dualität. Und dann eine Sache wurde ohne Dualität geschaffen, das war der Mensch. Aber der war nicht perfekt. Und dann wurde aus dem einen Menschen Mann und Frau geschaffen. Jetzt hat es gepasst. Baum der Erkenntnis, Baum des Lebens. Egal wo. Paradies und Außenwelt. Es ist immer eine Dualität, die da steht. Und dann dachte ich mir, okay, Dualität spielt eine große Rolle im Leben. Warum? Denken, fühlen. Genau. Und dann kommt es auf, okay, denken, fühlen. Körperliche Welt, emotionale Welt. Yin und Yang. Oder auch beim, ehrlich gesagt, in der Bitcoin-Folge. Menschlicher Fortschritt ist durch Kanalisierung von Energie und durch Geschichten entstanden. Wenn du es aber dann, als ich dann das durch Dualität nochmal drüber nachgedacht habe, dachte ich, man könnte es auch so sagen. Menschlicher Fortschritt ist durch Kanalisierung von Energie und Kanalisierung von Information entstanden. Und Geschichten sind eine Kanalisierung von Information. Und man könnte es auch anders sagen, Kanalisierung von Energie sind Werkzeuge. Ein Segelboot kanalisiert Windenergie, ist ein Werkzeug. Das Internet kanalisiert Informationsenergie, ist Kommunikation. Alles, was Informationen kanalisiert, alles, was Informationen kanalisiert, nee, alles, was, doch, Informationen, die kanalisiert werden, ist zum Beispiel das Internet, ist Sprache, ist Mathe. All die Protokolle, die wir haben, um Informationen zu kanalisieren, sind Protokolle. Und dann kannst du dir überlegen, egal was in der menschlichen Geschichte zum Fortschritt gebracht hat, es wurde entweder durch Kanalisierung von Energie oder durch Kanalisierung von Information geschafft. Und dann dachte ich mir, warte mal, das ist ja auch wieder Dualität. Dann dachte ich mir, so grundsätzlich, von dem Interessensprofil her, sind Frauen mehr interessiert an Kommunikation und Männer sind mehr interessiert an Werkzeugen. Das heißt, auch so sind wir wieder so aufgebaut, dass wir als Team zusammen am besten fungieren können. Es gibt zwei Sachen, die menschlichen Fortschritt bedingen. Das eine interessiert Frauen mehr im Schnitt und das andere interessiert im Schnitt mehr Männer. Natürlich gibt es Ausnahmen. Aber so dachte ich mir, das passt ja alles wieder richtig gut zusammen. Und so auch die Gedanken zu, du lebst in der geistigen Welt, das ist all dein Mindset, was du hast, oder du lebst in der körperlichen Welt, das ist so, was wir hier gerade machen. Aber beide Welten müssen in einer Linie sein. Beide müssen auf deiner Seite sein. All solche Sachen. Wir können jetzt eine ganze Diskussion darüber führen und das steht alles nur auf der allerersten Seite von der Bibel, aber steht auch nur da, weil ich mich gefragt habe, warum. Das heißt, diese Frage, warum hat dir eine Pforte geöffnet, aus diesen wenigen ersten Sätzen, die dort stehen, da schon ein ganzes Werk dahinter zu sehen. Und das ja auch zum Beispiel, also ein anderes Beispiel wäre, in dem einen Proaktivletter, den ich geschrieben habe, kannst du übrigens anmelden, einmal im Monat, ein Gedanken von Proaktivpodcast.de. Genau. Kein Spam, einfach nur ein Gedanken von mir oder Friedemann, ausführlich ausgeschrieben in deinem Postfach auf Proaktivpodcast.de. In dem einen, wo es darum ging, wer bist du? So, da habe ich ja auch eingeleitet mit meiner Erfahrung, wo ich mit David, meinem Bruder, vom Schürlaub zurückgefahren bin und er hat einen Podcast gehört und ich saß da einfach nur und habe in die Gegend geguckt und dann meinte er, Bro, warum sollte man bei einer Hochzeit eine Hochzeitsfeier machen? Und ich persönlich bin mir gar nicht so sicher, ob ich es geil finde, eine Hochzeitsfeier zu machen, aber es ging ja nicht um meine Meinung, sondern es ging um die Frage, warum sollte man es machen? Und dann habe ich unabhängig von meiner Meinung darüber nachgedacht, warum sollte man das machen? Und dann, meine Antwort, habe ich dann auch gesagt, war, weil, intuitiv könnte man ja sagen, man sollte keine machen, weil die Hochzeit geht ja nur mich und meiner Partnerin was an. Und dann ist aber die Frage, wer bist du und wer ist deine Partnerin? Bist es wirklich nur du und ist es wirklich nur deine Partnerin oder bist du neben dir selbst auch noch dein Umfeld, auch noch deine Familie, auch noch deine Freunde und ist deine Partnerin neben ihr selbst nicht auch noch ihr Umfeld und ihre Familie und ihre Freunde? Und ist es nicht eleganter für eine gute Ehe, wenn ihr alles von euch in eine Zeremonie einbezieht, um die Ehe zu feiern, um sie zu schließen? Und ist das nicht die beste Grundlage, die eine Ehe haben kann, wenn du jede Dimension von dir damit einbeziehst, mit einweist und dir sagst, hey, das ist jetzt meine Frau und das feiern wir heute? Ist das nicht besser, als wenn du es heimlich machst und der Teil von dir, der nicht in dir drin steckt, sondern der von außen kommt, gar nicht so wirklich was davon mitbekommt? Und auf die Idee wäre ich nie gekommen, weil das nicht meine Meinung ist, aber weil ich unabhängig von meiner Meinung mal überlegt habe, warum könnte es denn so sein, habe ich mir vielleicht eine neue Meinung auf einmal geschaffen, aber aus mir selbst heraus, indem ich einfach nur gefragt habe, oder indem mein Bruder gefragt hat, warum und das schien auch sehr ähnlich zu sein mit dem, was der Typ im Podcast gesagt hat, aber ich habe es nicht gehört, weil er Kopfhörer auf hatte. Welcher Typ? Ich weiß nicht, er meinte nur, er hört einen Podcast. Mein Bruder hat einen Podcast gehört und da ging es wohl darum. Und dann haben wir diskutiert darüber. Und das auch wieder eine Anreicherung von einem Konsumerlebnis, Podcast hören, was mein Bruder gemacht hat, wo statt einfach nur zu konsumieren, hat er mal einen Punkt rausgenommen, auf Pause gedrückt und ihn mit mir diskutiert. Und so haben wir das Erlebnis angereichert. Und für mich war das eine große Erkenntnis und das eröffnet mir, aus wenig kannst du ganz viel machen, weil du dich selbst hineinbringst, weil du deinen eigenen Gedanken hineinbringst und einfach nur die Schrift dir vor dir ist, als Frage nutzt, um ordentlich zu denken. Weil Denken ist ja nur eine Frage, die du dir stellst, aber manchmal kommt man vielleicht selber nicht auf die richtigen Fragen, sondern muss sie präsentiert bekommen, aber kann dann anfangen zu denken. Ich habe gerade in jüngster Zeit immer wieder einen Jawdrop gehabt, was das Gehirn für eine krasse Lösungsfindungsmaschine ist. Du musst einfach nur die richtige Frage reinwerfen und auf einmal plopp, 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 das ist krasser als ChatGPT. Du schreibst auch eine Frage rein und zack, 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 hast haufenweise Lösungsvorschläge. Du musst die Frage bloß präzise formulieren. Und das habe ich mir in letzter Zeit mal angewöhnt, immer wenn ich mal vor irgendeinem Problem stand, dass ich dann mich, also dass ich mir dann selber offene Fragen gestellt habe, die mit wie, was, wer beginnen, beispielsweise, wer kann mir jetzt dabei helfen, dieses Problem zu lösen? Wie kann ich dieses Problem möglichst elegant lösen? Was kann ich unternehmen, um das Problem zu lösen? Und auf einmal kommen so viele Vorschläge und das klingt jetzt so wahnsinnig trivial, ich weiß, das jedoch einmal richtig zu praktizieren, das hat bei mir so viel Aha-Moment ausgelöst. Genau, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ich habe noch zwei Sachen hier stehen, die mir sehr beim Entspannen helfen. Ich schließe es mal ab, weil das eine hatten wir vorhin schon, und zwar Theater, Performance, Konzerte. Warum? Das inspiriert mich. Wenn ich mir das anschaue, weil ich selber Bezug zur Musik habe, weil ich selber gerne Salsa tanze und wir hier auch beim Podcast aufnehmen, zwischendrin immer mal wieder rumpumpeln und die Musik anmachen und hier wild durchs Studio springen. Deswegen, ja, inspiriert mich das einfach. Ich fühle mich dann zurückversetzt in Momente, wo ich dann selber mal auf der Bühne saß und gespielt habe oder auch zur Schulzeit, da habe ich auch Musical gemacht, habe dann selber auch auf der Bühne gestanden und geschauspielert und gesungen und so. Und genau, da fühle ich mich dann zurückversetzt und gleichzeitig inspiriert mich das. Hey, hast du nicht mal wieder, dann denke ich mir, hast du nicht mal Lust, mal wieder sowas auch zu machen in die Richtung. und gleichzeitig ist es natürlich auch einfach richtig schön, sowohl visuell als auch auditiv, einfach ästhetisch stimulierend. Genau, und der zweite Punkt, den ich noch habe, ist Lesen. Wer hätte es gedacht? Von insbesondere, was mich auch inspiriert, sind Biografien. Und Inspiration ist für mich auch eine Art der Entspannung, weil es für mich ein innerer Reset ist, eine innere Neuausrichtung. Und ja, gerade Biografien haben mich in der Vergangenheit häufig sehr inspiriert. Cool. Welche insbesondere? Steve Jobs, Phil Knight, von der Nike-Gründer, genau. Das war insbesondere, als wir angefangen haben mit unserem Handelsbusiness, da gab es so viele Parallelen und ich habe mich einfach genau wie Phil Knight gefühlt, als der genau an seinen Anfängen stand. und genau, dann gab es noch Zapos, Delivering Happiness, das hat auch sehr gepasst zum Business-Start bei uns. Dann die Biografie von Dirk Rossmann fand ich auch sehr interessant, von dem Rossmann-Inhaber, Gründer. und ja, was noch so. Ja, Biografien sind meistens sehr spannend. Cool. Ich habe auch noch zwei Punkte. Das eine ist offensichtlich, drei Punkte. Das eine ist offensichtlich und das ist Reisen. Ich liebe es zu reisen und ich finde im Reisen, beim Reisen, wenn es jetzt eine Sportreise ist, ist es klar, dann ist der Sport, der da auch gemacht wird, aber dann auch die danach gelagerte Entspannung, die Sauna danach, wie wir es einmal, oder ich es einmal im Skiurlaub gemacht habe, du mehrmals, oder der Pool danach oder einfach nur das Sofa danach, frisch geduscht. Und der zweite Punkt ist, aber auch Strandurlaub, liebe ich, dann halt präsent zu sein. Der nächste Punkt ist Essen. Ich liebe es, gut essen zu gehen oder gutes Essen zu essen. Ich muss sagen, ich bin jetzt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das Essen machen zu meiner Entspannung gehört. Das mache ich nämlich nicht so oft. Und da das Essen zu genießen und wenn eine andere Person mit dabei ist, die Zeit mit der Person zu genießen. Und der dritte Punkt ist Bogenschießen. Oh, wow. Natürlich könnte ich auch so, also meine normalen Sportarten, sagen, die ich mache, die ich auch cool finde, aber da trifft Entspannung nicht so richtig, weil es ist sehr anstrengend und ich entspanne mich nicht währenddessen. Ich entspanne mich danach. Aber Bogenschießen, was ich jetzt wirklich nur einmal gemacht habe im Urlaub und auf Kreta und Ende des Jahres bin ich nochmal eine Woche auf Kreta und dann werde ich das nochmal machen, das fand ich wahnsinnig entspannt. Und das war ein Bogenschießen oben auf einem Berg und es war 3D-Bogenschießen. Also du hattest deine Pfeile und deinen Bogen und es war wie so ein Parcours, wo du Tiere hattest, die aber aus Gummi waren und irgendwo rumstanden und dann konntest du auf die Tiere schießen, auf die Gummitiere. Und das war aber mitten in der Natur. Und manchmal waren die Tiere 50 Meter weit weg, manchmal nur 10, manchmal 100. Ich weiß, ja 100 auch, ich weiß noch nicht, ob, ja so. Es gab verschiedene Schwierigkeitsstufen, ich weiß nicht genau, wie weit die weg waren. Und der Akt vom Bogenschießen ist in sich sehr entspannt. Man muss entspannt sein, man muss präsent sein, man muss ruhig atmen und man muss seiner Intuition vertrauen. Und man muss seinen Fokus ausrichten. Und beim ersten Urlaub habe ich das auch direkt dann zweimal gemacht, weil ich es so cool fand und freue mich jetzt auch schon sehr auf das nächste Mal dieses Bogenschießen zu machen, weil es hat alles gepasst. Es war eine Natur, es war coole Ziele, nicht nur so eine komische Zielscheibe, sondern richtig ein Ziel, was Spaß macht. Und du musstest dich entspannen und du hattest mehrere Versuche, weil du ja mehrere Pfeile hattest. Das heißt, du konntest wirklich dich in die Entspannung reinbegeben und schießen. Und ich weiß, wie ganz am Ende, da gab es dann so normale Zielscheiben und da konnte man einfach noch ein bisschen trainieren und ich hatte Lust. Und dann habe ich das auf die maximale Entfernung gestellt und habe dann versucht, das zu treffen, habe ich überhaupt nicht getroffen. Dann meinte ein Typ zu mir, vertraue deiner Intuition, entspann dich, aber fokussiere dich aufs Ziel. Achte nicht auf deinen Bogen, achte aufs Ziel. Und dann habe ich es gemacht und direkt getroffen. Und das war, das ist für mich sehr entspannt, dieser Sport, den ich noch nie gemacht habe, außer einmal. Ich bin gespannt, was du beim nächsten Mal, nach dem nächsten Mal berichtest. Ich glaube, wir haben sogar, ehrlich gesagt, fällt mir gerade ein, wir haben sogar in der Podcast-Folge darüber geredet, was die Bogen schießen, steht, glaube ich, auch in der Beschreibung. Ich weiß noch nicht genau, wann die war. Ich denke, August 2022, 22, wenn man das sehen möchte. Da haben wir, glaube ich, darüber geredet. Cool. Ja, das klingt sehr inspirierend. Hätte ich auch, also jetzt, wo du davon redest, habe ich da auch Lust darauf, das zu probieren. Wo hast du das gemacht? Auf Kreta? Auf Kreta. Aber das geht auch in Deutschland. Das heißt, 3D-Bogen schießen. Und das ist dann auch draußen mit irgendwelchen Gummitieren, mal Bären, mal Dachs, mal was auch immer. Adler und ja, richtig geil. Cool. In diesem Sinne, konstruktive Entspannung, Erholung beim Bogenschießen und ja, was auch immer ihr noch für Methoden für euch herausgefunden habt, um zu entspannen. Wenn du irgendwas hast, dann schreib es gerne als Antwort auf diese Podcast-Folge in die Kommentare bei YouTube oder bei Spotify in die Q&A-Section. Und der Podcast ist es auch destruktive Entspannung, wenn du einfach nur zuhörst und nichts damit machst. Wenn man aber vielleicht was für sich rauspickt, selber mal ein bisschen drüber nachdenkt, vielleicht auch mal hinterfragt, was wir sagen, sagen, nee, das sehe ich für mich nicht so. Ich sehe das aus meiner Position, weil, dann hast du deine Erklärung, super strong. Und es macht uns noch mehr Spaß, wenn wir wissen, dass du auf der anderen Seite sitzt und auch selber ein bisschen nachdenkst, selber deine eigenen Schlüsse ziehst, ob du mit uns agreest oder nicht, ist egal, sondern einfach, dass du selber nachdenkst. Das ist geil. Vielen Dank für euer Vertrauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.